Der Mond hinter den Scheunen von Erwin Moser Eine Fabel von Katzen, Mäusen und Ratzen Erstes Kapitel Erntezeit Der Storch, der eben sein Nest auf dem Rauchfang verlassen hatte, um zu den sumpfigen Wiesen des nahen Steppensees zu fliegen, hätte die Landschaft unter sich so ähnlich beschreiben können. Da wäre einmal das Dorf. Ein Häufchen weißgekalkter Häuser mit langgestreckten Höfen, durchzogen von staubigen Straßen und durchsetzt mit Weiden, Pappel und Kastanienbäumen. Die Bewohner des Dorfes waren Wein- und Kornbauern, aber auch Vieh aller Art stand in den Ställen, also Kühe, Stiere, Pferde und so weiter. Vom Westen her verlief eine dicht bewaldete Hügelkette, die immer niedriger wurde, je mehr sie sich dem Dorf näherte. Die Ausläufer dieser Hügelkette waren mit Weingärten bepflanzt und hinter den Weinbergen begann eine weite Ebene mit Getreidefeldern. Nach der anderen Seite hin, in südliche Richtung, erstreckten sich hauptsächlich Wiesen, die ziemlich feucht und sumpfig wurden, je näher man dem See kam. Der See selbst lag ungefähr drei Kilometer vom Dorf entfernt und in diese Richtung flog, wie gesagt, unser Storch. Nun lassen wir ihn ruhig weiterfliegen und begeben wir uns wieder auf die Erde. Es war die Zeit der Getreideernte. Goldgelb bis goldbraun lagen die Korn- und Weizenfelder unter der brütenden Sonne und ließen ihre überreifen Ehrenköpfe hängen. Kein Lufthau regte sich und keine einzige Wolke war am Himmel zu sehen. Da und dort sah man Mähdrescher, grüne, rote und gelbe Blechungetüme, die sich wie hungrige Saurier durch die Getreidefelder fraßen. Vorne wurde das Getreide von einem breiten Eisenmaul verschluckt, innen ausgedroschen, also verdaut, und hinten kam fein säuberlich gepresst und gebündelt in regelmäßigen Abständen die ausgedroschenen Strohballen heraus. Dort, wo die Mähdrescher ihr unersättliches Mahl gehalten hatten, breiteten sich kahle Stoppelfelder in schöner Geometrie mit Strohballen bestreut. Die Getreideernte war voll im Gange, aber noch waren die Stoppelfelder in der Minderheit. Wenn man so durch ein abgemähtes Getreidefeld geht, kann man zwischen den kurzen Halmstoppeln viele kleine Löcher in der Erde sehen. Und wenn man besonders aufmerksam ist, wird man manchmal flinke, graue Schatten in diese Löcher huschen sehen. Feldmäuse Zu Tausenden leben sie auf den Feldern in ihren Erdwohnungen und sammeln fleißig Getreidekörner, die sie als Wintervorräte in ihre Wohnungen tragen. Da dieses Jahr besonders heiß und trocken war, hatten sich die Feldmäuse stark vermehrt. Getreidekörner waren auch genug da und so befand sich unsichtbar für die Bauern ein ganz beachtlicher Teil ihrer Ernte in den Vorratskammern der Feldmäuse. Grauschnauz, ein junger Feldmäuserich, hatte sein Loch mit vier Notausgängen, versteht sich, etwa in der Mitte eines Weizenfeldes, das dem Spießbauern gehörte. Vor zwei Tagen hatte der Mähdrescher den Weizen samt Stroh verschlungen. Grauschnauz erinnerte sich mit Ängsten daran, wie die Erde plötzlich zu beben begonnen hatte, als der Mähdrescher über seine Wohnhöhle gefahren war. Puh, Gott sei Dank befand er sich gerade unter der Erde, als es geschah. Grauschnauz wusste zwar nicht, was ein Mähdrescher ist, das wäre von einer Maus auch wirklich zu viel verlangt, aber als der Boden zu zittern begann und das Zittern anwuchs zu einem regelrechten Erdbeben, begleitet von einem furchtbar lauten Dröhnen, Rattern und Heulen, das immer lauter wurde, ja, da wusste der Mäuserich, dass entsetzliche Dinge auf der Erdoberfläche vor sich gehen mussten. Ängstlich kauerte er im finstersten und tiefsten Winkel seiner Erdhöhle und zitterte am ganzen Leibe. Selbst als das Beben und Dröhnen schon längst verschwunden war, hockte er noch so da. Als sich Grauschnauz endlich ans Tageslicht wagte, sah er, dass der schattige, rauschende Weizenhalmwald verschwunden war. Einfach weg. Auch viele andere Feldmäuse liefen aufgeregt zwischen den nackten Halmstoppeln hin und her und rätselten, wie das hatte wohl geschehen können. Zum Glück waren die Vorratskammern der Feldmäuse zu diesem Zeitpunkt schon gefüllt, so dass keine Hungersnot zu befürchten war. Trotzdem, also das Verschwinden der Getreidehalme blieb lange Zeit das Gesprächsthema Nummer 1 unter den Feldmäusen. Eines Morgens, die Sonne war eben aufgegangen, beschloss der Spießbauer, das Stroh von seinen Feldern heimzuholen. Der Wagen wurde an den Traktor gespannt und los ging es. Der Spießbauer fuhr den Traktor und hinten auf dem Wagen saßen die Bäuerin und der Sohn. Und hier beginnt unsere Geschichte erst wirklich. Die Spießbauern waren nämlich an diesem Morgen ausgerechnet zu jenem Feld unterwegs, in dem Grauschnaut seine Wohnhülle hatte. Der Mäuserich hatte heute früh sein Loch verlassen. Ihm war zu Ohren gekommen, dass irgendwo auf dem Stoppelfeld ein besonders großer Haufen von Weizenkörnern liegen sollte. Das Ungetüm, das das Feld gefressen hatte, sollte diesen Haufen angeblich verloren haben. Unter Mäusen sind im Übrigen oft solche und ähnliche Gerüchte im Umlauf. Sie träumen fast immer von ungeheuren Futtermengen, die irgendwo lagern sollen. Diesmal war sogar etwas Wahres an der Geschichte, denn am Ende des Feldes lag tatsächlich ein Häufchen Weizenkörner, das der Mähdrescher verloren hatte. Jedoch hatte ein Hamster den Großteil davon schon weggetragen. Grauschnautz machte sich also auf den Weg und die Suche nach dem sagenhaften Weizenhaufen und entfernte sich dabei ziemlich weit von seinen Wohnlöchern. Er merkte es gar nicht, so eifrig war er auf der Suche. Etwa zur gleichen Zeit kamen die Spieß beim Feld an, fuhren hinein und begannen die Strohballen einzusammeln und auf den Wagen zu laden. Jetzt fuhr der Sohn mit dem Traktor, der Bauer spießte die Strohballen mit der Gabel an und reichte sie der Bäuerin hinauf, die sie fachgerecht verstaute. So ging das dahin und die Fuhre wurde immer höher. Schon näher hatten sie sich der Mitte des Feldes, wo Grauschnautz wie gesagt seinen Weizenschatz suchte. Der Mäuserich wollte gerade seine Suche aufgeben, da er nun doch Bedenken bekam, dass er sich so weit von seiner Wohnung entfernt hatte, als er ein leichtes Beben des Bodens wahrnahm. Gleich darauf hörte er das Tuckern des Traktors. Grauschnautz war zu Tode erschrocken, das Ungetüm ist zurückgekommen und ich kann nicht zurück unter die Erde, war sein zweiter Gedanke. Furchtbare Angst erfasste den Mäuserich, während der Traktor immer näher kam. Ein paar Sekunden hockte er wie gelähmt da. Dann rannte er plötzlich los. Weg, nur weg. Das war alles, was er wollte. Die einzige Deckungsmöglichkeit war der nächste Strohballen. Dort lief Grauschnautz hin und wühlte sich, so schnell er konnte, in das Stroh hinein. Mit klopfendem Herzen merkte der Mäuserich, wie das Ungeheu an ihm vorbeifuhr. Schon wollte er aufatmen, als plötzlich dicht neben ihm der Zinken einer Gabel in den Strohballen vor. Der Feldmäuserich fühlte sich emporgehoben, der Zinken wurde zurückgerissen und der Strohballen landete auf einer weichen Unterlage. So befand sich Grauschnautz nun auf einer Strohfuhre und damit auf dem Weg ins Dorf. Denn die Spieß waren bald darauf fertig und fuhren nach Hause. In einer großen Scheune wurde das Stroh Ballen für Ballen abgeladen und übereinander geschichtet. Man kann sich die Ängste der Maus wohl vorstellen, die keine Ahnung hatte, was vor sich ging. Jedenfalls als der Strohballen mitsamt Grauschnauz in der Scheune abgeladen worden war und die Spießbauern um die nächste Ladung aufs Feld Das Gerüttel und Geschüttel und Strohgeraschel hatte aufgehört und Grauschnauz war eigentlich nichts passiert, wenn man natürlich von den Ängsten absieht, die er ausgestanden hatte. Der Strohballen mit dem Mäuserich war einer der ersten gewesen, die abgeladen worden waren und so lag er nun in der Scheune zu unterst. Über ihm lagerten die anderen Strohballen hoch wie ein Haus. Nur langsam beruhigte sich das kleine Herz des Feld Mäuserichs, das während der ganzen unfreiwilligen Reise wie wild gepocht hatte. Er musste sich darüber Klarheit verschaffen, wo er war. Vorsichtig begann er, einen Gang durch das Stroh zu wühlen. Irgendwann musste er doch wieder ans Tageslicht kommen, das wäre doch gelacht. Und richtig, nach etwa einer Stunde Wühlarbeit konnte Grauschnauz die Nase ins Freie strecken. Eine ihm völlig fremde Umgebung sah er da, so dass ihm schrecklich bange wurde. Das Tageslicht fiel nur durch die Ritzen des Tores in der Scheune und zeichnete lange, dünne Lichtstriche über den Boden. Der Boden selbst war kühl und fest, total ungeeignet zum Löcher graben. Außerdem war weit und breit keine lebende Pflanze zu sehen. Nur Stroh und abermals Stroh, umgeben von hohen Mauern und abgedeckt von einem finsteren Dachstuhl. Mit feuchtglänzenden Knopfaugen sah sich Grauschnauz alles an. Sollte das seine neue Heimat sein? Sollte er nie wieder den blauen Himmel sehen und die wärmende Sonne spüren? Sollte er nie wieder das vertraute Rauschen der Halme und Gräser hören, wenn der Winter spielte? Doch halt, was war das? In einer Ecke des Scheunentors erblickte Grauschnauz eine runde Öffnung. Die war ihm bisher noch entgangen. Er hatte einen Weg ins Feier entdeckt. Schnell lief der Mäuserich darauf zu und wollte eben hindurch schlüpfen, als sich das Loch plötzlich verdunkelte. Erschrocken blieb Grauschnauz stehen. Zwei große Augen schauten ihn an. Es war der Blick eines Todfeindes, der Grauschnauz traf. Wie der Blitz drehte sich der Feldmäuserich um und rannte drauflos, so schnell ihn seine Beine trugen. Zum zweiten Mal an diesem Tag war er in großer Gefahr. Hinter sich nahm er wahr, wie das Tier durch das Loch im Tor schlüpfte und ihm nachrannte. Verzweiflung packte den Mäuserich, denn er wusste plötzlich, das Tier wird mich fressen, wenn es mich erwischt. Grauschnauz rannte dicht an der Mauer der Scheune entlang und suchte nach einer Nische oder nach einem Spalt, in den er sich verkriechen könnte. Und plötzlich sah er ein Loch in der Erde. Dicht neben der Mauer führte es steil nach unten. Grauschnauz huschte hinein. Es war keine Sekunde zu früh. Hinter sich hörte er wütendes Knurren und Scharren, aber das feindliche Tier war für das Loch viel zu groß. So war Grauschnauz für den Augenblick gerettet. Der Gang, in dem er sich nun befand, führte zwar steil hinunter, wurde dann aber bald waagerecht und war sehr lang. Ohne Zweifel hatten ihn Mäuse gegraben. Grauschnauz roch den typischen Mäusegeruch. Es war kein Feldmausgeruch, aber immerhin Mausegeruch, das stand fest. Grauschnauz drang weiter vor. Je weiter weg er von dem Verfolger kam, desto sicherer fühlte er sich. Mit einem Mal war der Gang zu Ende. Er mündete in eine für Mäuse große Erdkammer, die mit allerlei flauschigem Zeug ausgekleidet war. Federn, Papierschnipsel und fein zernagte Stoffteilchen bedeckten den Boden der Erdkammer. Grauschnauz ließ sich erschöpft darauf niedersinken. Kurz vor dem Einschlafen bemerkte er noch die Mündung eines zweiten Ganges, der im hinteren Teil der Kammer in die Erde führte. Beruhigt dachte Grauschnauz das Wort Notausgang. Dann war er endgültig im Land der Träume. Kapitel 2 Gelbzahn der Mühlratz Das Gebäude oder besser gesagt die Ruine einer Mühle stand ungefähr 200 Meter außerhalb des Dorfes. Schon seit vielen Jahren stand sie unbenutzt da, denn der Bach, der an ihr vorbeifloß, war aus unbekannten Gründen versiegt und ohne fließendes Wasser, das das Mühlrat antrieb, ist eine Mühle im wahrsten Sinne des Wortes brotlos. Außerdem gab es im Dorf mittlerweile eine elektrisch betriebene Schrotmühle. Kurzum, das Mühlgebäude war verlassen und dem Verfall preisgegeben. Selten kam ein Mensch hierher. Dicke Moospolster wuchsen auf dem löchrigen Schindeldach und an den brüchigen Mauern schlängelten sich Kletterpflanzen empor. Im Innern der Mühle roch es modrig nach verfaultem Holz. Der Bach war zwar bis auf ein dünnes Rinnsal versiegt, trotzdem stand das halb verfallene Gebäude mit dem rückwärtigen Teil im Wasser eines Weihers, der sich hartnäckig geweigert hatte, auszutrocknen. Und in dieser finsteren Mühle hausten nicht minder finstere Gestalten. Eine Meute dunkelfälliger Ratzen. Ihr Häuptling hieß Gelbzahn, ein großer, starker Ratz mit einem dichten, glänzenden Pelz. Das Ratzenvolk hatte sich unter dem Flussboden der Mühle eingenistet, wo es viele verwinkelte Gänge angelegt hatte und wo es vor Feinden relativ sicher war. Natürlich gab es auch hier etlich gut getarnte Notausgänge ins Freie. Zwei dieser Notausgänge führten sogar zum Wasser hinunter, denn Ratzen sind sehr gute Schwimmer, wenn es darauf ankommt. Die Idee mit den Notausgängen zum Wasser hinunter stammte übrigens von Gelbzahn, der den Bau dieser Gänge angeordnet hatte, nachdem einmal ein Iltis in den oberen Ratzenbau eingedrungen war und nur unter schweren Verlusten hatte vertrieben werden können. Gelbzahn ließ damals auch den großen Eingang zum Bau verstopfen und einen kleineren bauen, so dass nur jeweils ein Tier hinein konnte. Auch ließ er seitdem am Ende des langen schmalen Einganges eine Wache aufstellen, die jede feindliche Annäherung sofort zu melden hatte. Dieses Wacheschieben gefiel den Mühlratzen ganz und gar nicht, doch was sollten sie tun. Der Häuptling hatte es befohlen, also musste es getan werden. Was der Häuptling befahl, das war Gesetz. So hatten sie es immer gehalten. An diesem Abend, nach seinem routinemäßigen Rundgang durch den Bau, beschloss Gelbzahn selbst auf Futtersuche zu gehen. Normalerweise blieb er im Bau und ließ sich das beste Futter von seinen Dienern bringen, aber heute verspürte er so etwas wie Abenteuerlust und er befahl Dodo und ein Ohr die beiden Unterhäuptlinge zu sich. Ich werde heute den Bau verlassen und ihr begleitet mich, sagte Gelbzahn zu den beiden. Diesen war es recht und so verließen sie zu dritt das schmale Eingangsloch des Ratzenbaus im Inneren der Mühle. Dodo, der als Erste gegangen war, wollte eben fragen, in welche Richtung sie gehen würden, als er plötzlich wie angewurzelt stehen blieb. Da, schau, flüsterte er. Gelbzahn und Einohr folgten seinem Blick. Mitten im Raum, keine zwei Meter von ihnen entfernt, beschienen vom Mondlicht, das durch ein Loch vom Dach hineinfiel, hockte ein großer schwarzer Ratz und starrte sie an. Er war ungewöhnlich groß, größer und stärker noch als Gelbzahn. Eine unheimliche Erscheinung. Gelbzahn machte schnüffelnd ein paar Schritte auf ihn zu. Wer bist du und was willst du? fragte er herausfordernd. Der schwarze Ratz machte eine unmerkliche Bewegung mit dem Kopf, wobei seine langen Schneidezähne im Mondlicht matt aufglänzten. Er sah aus, als ob er grinste. Ich bin Schwarzpelz, euer neuer Häuptling, sagte der Schwarze mit tiefer heiserer Stimme. Gelbzahn hatte begriffen. Mit einem schrillen Schrei stürzte er sich auf den schwarzen Ratz, doch dieser wich blitzschnell aus. Gelbzahns Überraschungsangriff ging ins Leere und in diesem Moment wusste er, dass er schon verloren hatte. Hier stand er zum ersten Mal in seinem Leben einem Gegner gegenüber, der ihm gewachsen war. Und so benutzte Gelbzahn den Angriffsschwung gleich zu einer raschen Flucht ins Freie. Gelbzahn schoss durch die Tür hinaus und rannte so schnell er konnte zum Ufer des Weihers hinunter. Er wusste genau, was er tat. Und es war klug gewesen, dem Kampf mit dem schwarzen Riesenratz aus dem Weg zu gehen. Gelbzahn war alles andere als ein Feigling, aber in diesem Fall war eine Flucht das Beste gewesen, was er hatte tun können. Ein Kampf mit diesem Schwarzpelz hätte ihn sicher das Leben gekostet und Dodo und Einohr hätten ihm auf keinen Fall geholfen. Denn dies wäre ein Kampf um die Häuptlingswürde gewesen, ein Zweikampf also, bei dem nur der Stärkere überlebt. So war es seit undenklicher Zeit der Brauch unter den Ratzen. Der körperlich stärkste war immer der Häuptling. Eine ganz einfache und, wie es schien, richtige Überlebensformel. Gelbzahn lief das Ufer des Weihers entlang. Ein rascher Blick über die Schulter sagte ihm, dass er nicht verfolgt wurde. Trotzdem machte er erst eine Verschnaufpause, als er bei seinem Ziel angekommen war. Dieses war die Mündung eines Kanalrohrs auf der anderen Seite des Weihers. Keuchend blieb er stehen und starrte mit gemischten Gefühlen in den finsteren Schlund des geräumigen Kanalrohrs, aus dem nur ein dünnes Rinnserl floss. Gelbzahns Plan stand fest. Von früheren Streifzügen wusste er, dass das Kanalrohr weiter drinnen von braunen Kanalratzen bewohnt wurde. Diesen wollte er sich nun anschließen. Einen letzten, etwas wehmütigen, aber auch wütenden Blick warf er auf den stillen Weiher und auf die Mühle. Dann war er im Kanalrohr verschwunden. Doch Schwarzpelz schwor er bittere Rache. Lange musste Gelbzahn im finsteren Kanalrohr wandern, bis er auf die ersten Kanalratzen stieß. Hinter einer Biegung des Rohres sah er sich gleich fünf von ihnen gegenüber. Sie waren dabei, aus einem angeschwemmten Abfallhaufen essbare Stücke heraus zu suchen. Als sie Gelbzahn bemerkten, erschraken sie im ersten Moment. Dann sahen sie ihn misstrauisch an. Was willst du hier, in unserem Revier? sprach ihn schließlich einer der Kanalratzen an. Keine Angst, ich suche keinen Streit, erwiderte Gelbzahn. Führt mich zu eurem Häuptling, ich muss ihn dringend sprechen. Unseren Häuptling willst du sprechen? Wer weiß, ob unser Häuptling dich sprechen will, sagte der Kanalratz lauernd. Nicht frech werden, kleiner. Gelbzahn richtete sich drohend auf, sodass die Kanalratzen ihn in seiner ganzen Größe sehen konnten. Ängstlich wichen sie zurück. Schon gut, sagte ein anderer Ratz. Wir werden dich dem Häuptling melden. Warte hier. Schnell waren die Kanalratzen in der Dunkelheit verschwunden. Eine Zeit lang hörte Gelbzahn noch das Plätschern ihrer Schritte, dann umfing ihn wieder düstere Stille. Prüfend schnupperte Gelbzahn den Unrathaufen, an dem die Kanalratzen ihr Mahl gehalten hatten. Angewidert wandte er sich ab. Wie konnte man nur so etwas fressen? Gelbzahn war anderes gewohnt und in diesem Moment wurde ihm der Ernst seiner Lage voll bewusst. Doch es gab kein Zurück mehr. Er musste es schaffen, bei den Kanalratzen aufgenommen zu werden. Er musste bei ihnen bleiben, bis sich ein günstiger Zeitpunkt ergab, wieder in die Mühle zurück zu kehren. Bald darauf hörte Gelbzahn wieder leises plätschern und ein einziger Ratz tauchte aus dem finsteren Grund des Kanalrohres auf. Folge mir, sagte er und Gelbzahn schloss sich ihm an. Der Ratz lief, ohne sich ein einziges Mal umzudrehen, vor ihm her. Sie waren noch nicht lange so gegangen, als sie plötzlich zu einer Art Kreuzung gelangten. Kreuzförmig mündeten hier vier Rohröffnungen in einen mit Wasser gefüllten Schacht. Von oben drang bleiches Mondlicht durch ein eisernes Gitter. Ohne zu zögern glitt der Kanalrazz in das dunkle glänzende Wasser des Schachtes, durch Schwammes mit drei, vier Stößen und verschwand in der gegenüberliegenden Öffnung des Rohres. Gelbzahn folgte ihm wiederwillig. Bald darauf kamen sie zu einer Stelle, an der das Kanalrohr zerbrochen war. Wahrscheinlich war hier schon beim Bau des Kanals ein schadhaftes Rohrstück verlegt worden. Ein etwa faustgroßes Stück fehlte in der Rohrwand. Die Kanalratzen hatten an dieser Stelle einen Eingang in die Erde gegraben und und das war auch der eigentliche Eingang zum Bau der Kanalratzen. Gelbzahns Führer schlug nun diesen Weg ein und weiter ging es durch ein labyrinthartiges Gewirr von Erdgängen. Gelbzahn versuchte, sich den Weg einzuprägen, den sie gingen, aber schon bald musste er es aufgeben. Zu viele Kreuzungen und Querverbindungen gab es hier. Gelbzahn musste sich eingestehen, dass er die Kanalratzen unterschätzt hatte, zumindest was ihren Bau betraf. Diese Anlage war ganz einfach bewundernswürdig. Plötzlich war der Ratz vor ihm verschwunden. Gelbzahn blieb zögernd stehen. Drohte Gefahr? Langsam und misstrauisch schnüffelnd ging er weiter. Der Gang machte eine scharfe Biegung und mündete dann in eine Art Erdhalle. Wurzelgeflechte hingen gespenstisch von der gewölbten Decke und darunter saßen in einem Halbkreis um ihren Häuptling ungefähr zwanzig braune Kanalratzen. Schweigend betrachteten sie Gelbzahn, der in die Höhle getreten war. Auch Gelbzahn besah aufmerksam jeden Einzelnen der stummen Gesellschaft und stellte mit Beruhigung fest, dass er es wohl mit jedem von ihnen im Kampf aufnehmen könnte. Doch solche Überlegungen waren jetzt fehl am Platz. Er wollte nicht mit ihnen kämpfen, sondern das genaue Gegenteil. Gelbzahn wollte einer von ihnen werden. Nun fasste er den rüstigen alten Kanalratz vor sich genauer ins Auge. Sein Fell war von rötlicher Farbe. Seine Augen blickten klug, aber auch verschlagen. Eine richtige Häuptlingsfigur. Man sah ihm an, dass er zu Befehlen gewohnt war. In seinen jungen Jahren musste er beachtliche Kräfte besessen haben. Er überragte immer noch seine Untertanen. Gelbzahn war beeindruckt. Ob man es mir ebenfalls anseht, dass ich Häuptling war, dachte Gelbzahn. Er hoffte es nicht, denn dies könnte in seiner gegenwärtigen Situation natürlich von Nachteil sein. Der Chef der Kanalratzen sollte nicht Angst um seine Stellung bekommen, noch nicht. Gelbzahn milderte also den stolzen Ausdruck in seinen Augen und bückte sich unmerklich zu Boden. Er beschloss, sich harmlos und ein bisschen dumm zu stellen. Der Häuptling der Kanalratzen richtete nun das Wort an ihn. »Was verschafft uns die Ehre deines Besuches?« fragte er mit leisem Spott. »Ich bin ein Flüchtling«, antwortete Gelbzahn. »Ich bin einer der Mühlratzen, die in der verfallenen Mühle am Weiher wohnen. Heute Abend kam ein großer schwarzer Wanderratz zu uns und machte sich zum neuen Häuptling.« Gelbzahn verschwieg wohl weißlich, dass er der Häuptling der Mühlratzen gewesen war. »Ich wollte ihn nicht anerkennen, deswegen wurde ich ausgestoßen. Nun habe ich mir gedacht, ich schließe mich euch an. Ich bitte hiermit um die Aufnahme in eurem Stamm.« »So, so, da hast du dir gedacht, du schließt dich uns an,« sagte der Anführer der Kanalratzen und sah dabei Gelbzahn scharf in die Augen. »Wie heißt du?« »Gelbzahn, was kannst du?« »Ich bin mutig und kräftig,« sagte Gelbzahn rasch. »Ich mache alles, ich werde euch sicher nicht zur Last fallen.« Der Rote musterte ihn schweigend und durchdringend. Lange Zeit dauerte diese Musterung und Gelbzahn hätte viel dafür gegeben, die Gedanken des Ratzen lesen zu können. Plötzlich wandte sich der Häuptling an die zwei nächststehenden Kanalratzen und sagte, »Führt ihn zur leeren Höhle im Osttrakt.« Und zu Gelbzahn sagte er, »Du bist aufgenommen. Verhalte dich ruhig und warte ab, was man dir befehlen wird.« Aufatmend bezog Gelbzahn sein neues Quartier. Fürs Erste fühlte er sich sicher. Nun galt es, das Vertrauen der Kanalratzen zu gewinnen und seine Rückkehr zum Weiher vorzubereiten. Dieser Schwarzpelz sollte ihn noch kennenlernen. Mit diesen Gedanken schlief Gelbzahn ein. Zur gleichen Zeit plätscherte ein Schwall Seifenwasser aus einem dünnen Abflussrohr in das große Kanalrohr, wo es eilig den Weg zum Weiher einschlug. Es war das Wasser, mit dem sich der Spießbauer die Füße gewaschen hatte, bevor er schlafen gegangen war. Kapitel 3 Raphael Raphael der schwarze Kater lag auf dem flachen Dach des Schweinestalls und ließ sich die Sonne auf den Pelz brennen. Wie tot lag er da, die Augen geschlossen und die Beine weit von sich gestreckt. Hier und da zuckte sein Schwanz und das war auch schon das einzige Lebenszeichen. Raphael, kurz Raffi gerufen, war der Hauskater der Spieß und das Dach des Schweinestalls war einer seiner Lieblingsplätze. Hier konnte ihn niemand bei seiner Nachmittagsruhe stören und außerdem konnte er, wenn er wollte, den ganzen Hof überblicken und auch einen Teil des Nachbarhofes. Gleich neben dem Schweinestall stand ein hoher Maulbeerbaum, der einen Teil des Schweinestalldaches beschattete. Wenn es dem Kater in der Sonne zu heiß wurde, legte er sich einfach in den Schatten des Maulbeerbaumes. Wirklich ein ausgezeichneter Platz. Unter sich hörte Raffi im Halbschlaf dumpf das Grunzen der Schweine, im Maulbeerbaum lärmten die Spatzen und das friedliche Gackern der Hühner drang vom Misthaufen hinüber. Alles vertraute Geräusche. Eine Fliege setzte sich auf Raffis Kopf. Er vertrieb sie mit einem Zucken seiner Ohren. Seit zwei Stunden lag der Kater schon so da und die heiße Nachmittagssonne hatte ihn bis in die letzte Phase seines Körpers durchglüht. Raffi befand sich in einem Zustand von Behaglichkeit, der fast schon unbeschreiblich war. In solchen Augenblicken war es ihm, als ob er schweben würde. Dabei schlief er nicht tief und fest, wie es etwa Menschen tun, nein, Raffi war sich seiner Umgebung sehr bewusst, wenn er so in der Sonne düste. Er hörte dabei jedes kleinste Geräusch und wusste sehr genau, von wem oder was es hervorgerufen worden war. Auch jetzt, als er ganz, ganz leise Schritte vernahm, wusste er genau, wer sich ihm näherte. Das Ziegeldach des Schweinestalls war in leichte Schwingungen geraten. Raffi bekam Besuch. Es war Kotti, der Nachbarskater. Gebt dir keine Mühe, sagte Raffi und öffnete dabei nicht einmal die Augen. Ich habe dich schon lange gehört. Hallo, Alter, begrüßte ihn Kotti und legte sich mit fauler Eleganz neben seinen Freund. Kotti war etwas kleiner als Raffi, sein Fell war grau getigert. Eine Weile lagen sie schweigend da. Dann sagte Raffi, was gibt's Neues? Aber er bekam keine Antwort. Kotti begann stattdessen zu schnurren. Hey, ich hab dich was gefragt. Kotti schnurrte noch lauter. Raffi gab ihm einen Klaps auf den Kopf. Kotti hörte auf zu schnurren und sagte langsam mit tiefer Zufriedenheit in der Stimme. Drüben bei Susi haben sein Schwein geschlachtet. Raphael stand mit einem Ruck auf den Beinen. Das sagst du mir erst jetzt, du Fressack! Ist noch was übrig? Och, genug, Haufen von Därmen, Fleisch, ja, so ja, ein Stück Leber hab ich gefressen, wie im Schlaffenland sag ich dir. Mehr brauchte Raphael nicht zu hören. Mit einem Satz sprang er in den Maulbeerenbaum und kletterte den oft benutzten Weg zum Dach des Wohnhauses empor. Ein Ast des Maulbeerbaumes ragte nämlich ein Stück über das Dach des Baumhauses. Und vom Dach des Spießhauses konnte Raphael mit Leichtigkeit die Dächer der Nachbarhäuser erreichen, da diese dicht nebeneinander gebaut waren und nebenbei gesagt die Mühlgasse bildeten. Hier, warte auf mich, rief ihm Kotti nach und sprang ebenfalls auf den Maulbeerbaum. Die beiden Kater waren kaum verschwunden, als in einem Astloch des hölzernen Geräteschuppens neben dem Schweinestall die Schnauzen zweier Hausmäuse sichtbar sichtbar wurden. Sind sie weg? sagte die eine Maus zu der anderen. Los jetzt! Die beiden Mäuse kletterten hintereinander durch das Astloch ins Freie und liefen so schnell sie konnten über den Hof. Eine Henne, die sie erblickte, brach in erschrecktes Gegacke aus. Die beiden Mäuse verschwanden im Katzenloch des Scheunentores. Es waren Mudi und Redi auf einem ihrer waghalsigen Streifzüge durch das Haus. Im Inneren der Scheune angekommen, verschlauften sie und sahen sich um. Schau, sagte Mudi, sie haben frisches Stroh gebracht. Hm, riecht gut, meinte Mudi. Weizenstroh, bemerkte Redi fachmännisch. Aber leider ohne Körler, sagte Mudi. Komm, schauen wir in den alten Bau. Ich war schon ewig lange nicht mehr dort. Sie liefen die Mauer entlang und kamen bald darauf zu dem kleinen Eingangsloch. Redi wollte eben hineinklettern, als er stutzte. Riech mal, flüsterte er. Ja, da drin ist jemand, bestätigte Mudi schnüffelnd. Sie sahen sich fragend an und schnupperten wieder. Riecht irgendwie nach Maus und doch ein bisschen anders, sagte Redi. Komm, wir sehen nach. Und wenn es nun keine Maus ist? Es riecht aber nach Maus. Ja, aber nicht richtig. Hast du Angst? Du? du? Ja, ein wenig. Was machen wir? Ja, Maus oder nicht Maus, das ist hier die Frage. Sie schnupperten wieder eine Weile. Ach, was, sagte Redi schließlich, was irgendwie nach Maus riecht, wird auch irgendwie eine Maus sein. Damit schlüpfte er in das Loch. Modi folgte ihm langsam. Je näher sie der Erdkammer kamen, desto stärker wurde der fremde, aber nicht unsympathische Geruch. Und als Redi endlich einen vorsichtigen Blick in die Erdkammer wagte, sah er Grauschnauz, der tief schlief. Modi, Modi, flüsterte er in den »Komm her, sieh dir das an!« Die beiden Hausmäuse betrachteten verwundert die schlafende Feldmaus. »Es ist eine Feldmaus, darüber besteht gar keine Zweifel,« flüsterte Redi. »Seltsam, schau, wie kurz ihr Schwanz ist! Ja, und die kleinen Ohren, wo die wohl herkommt? Ich werde sie wecken!« Redi zog Grauschnauz am Schwanz und Grauschnauz riss gleich erschrocken die Augen auf und stieß einen hohen Piepse aus. »Du brauchst keine Angst haben,« sagte Redi. »Wir tun dir nichts. Schau, wir sind auch Mäuse.« Grauschnauz brachte einige Augenblicke lang kein Wort hervor. So erschrocken war er. Die Aufregungen des vergangenen Tages saßen ihm noch in den Knochen und als ihn Redi am Schwanz gezogen hatte, hatte er geglaubt, das furchtbare Tier, das ihn durch die Scheune gejagt hatte, wäre wieder hier. »Mäuse«,« murmelte Grauschnauz nun erleichtert und nur mit Mühe konnte er die Tränen zurückhalten. »Was bist denn du für einer und wo kommst du her?« fragte Moody. »Ich bin eine Feldmaus«, sagte Grauschnauz. »Wie ich hierher gekommen bin, weiß ich selbst nicht genau. Ach, es ist alles so verwirrend für mich. Gestern noch lebte ich in einem schönen Erdloch und heute ...« Nun musste er doch weinen. »Beruhig dich«, sagte Moody. »Jetzt kann dir nichts mehr geschehen.« »Genau«, meinte Redi. »Jetzt bist du in Sicherheit. Erzähl uns alles. Wir werden dir sicher helfen können.« Mit zittriger Stimme berichtete Grauschnauz von seinen Erlebnissen. Die beiden Hausmäuse hörten aufmerksam zu. Als Grauschnauz zu der Stelle kam, wie ihn das böse Tier mit den großen gelben Augen verfolgt hatte, unterbrach ihn Moody. »Das war der Kater«, sagte er, unser spezieller Freund. Wenn man geschickt und schlau ist und sich nicht in unnötige Gefahr begebt, ist es halb so schlimm. »Stimmt«, sagte Redi. »Weißt du, es wohnen noch viele andere Mäuse hier im Haus. Wir haben einen fabelhaften Platz auf dem Getreidespeicher, wo uns der Kater nichts anhaben kann und wo es Körner in Maßen gibt. Ich wette, so viele Getreidekörner auf einem Haufen hast du noch nie gesehen.« Bei der Erwähnung der Getreidekörner bemerkte Grauschnauz, dass er furchtbaren Hunger hatte. Er hatte seit mindestens 24 Stunden nichts mehr gefressen. »Wisst ihr«, sagte er jetzt schüchtern zu Modi und Redi, »ich wäre schon selig, wenn ich jetzt wenigstens fünf Weizenkörner hätte.« »Wir sind doch Dummköpfe«, rief Redi, »wir reden und reden und unser Freund ist am Verhungern. Los, kommt, lasst uns nach Hause gehen.« Die drei Mäuse verließen den Bau in der Scheune. Redi ging voran, dann folgte Grauschnauz und zuletzt ging Modi. Die beiden Hausmäuse bewegten sich mit großer Routine und Sicherheit. Sie kannten die Stellen, an denen der Kater lauern könnte, sehr genau. Sie rannten ungehindert über den Hof und kletterten durch das Astloch in den Geräteschuppen. An der hinteren Wand lehnte ein dicker Pfosten, an dem kletterte Redi empor. Grauschnauz folgte ihm ohne Schwierigkeiten, Modi folgte dicht auf. Das obere Ende des Pfostens berührte den Dachstuhl des Schuppens. Von dort aus war ein Trägerbalken leicht zu erreichen. Dort, wo der Trägerbalken des Dachstuhls auflag, war wieder eine kleine Öffnung im Holz, durch die jetzt Redi schlüpfte. Der Geräteschuppen stand dicht neben dem gemauerten Gebäude, in dem sich der Getreidespeicher befand. Als Grauschnauz nun ebenfalls durch das Loch schlüpfte, sah er, dass in der dicht anschließenden Mauer in gleicher Höhe mit dem Loch eine Belüftungsscharte ausgespart war. Auf diese Weise also gelangten die Hausmäuse in den Getreidespeicher. Nun, ein Getreidespeicher, eine Kammer auf dem Dachboden, gefüllt mit Getreidekörnern, ist an sich ein traumhafter Platz für Mäuse. Was aber den Getreidespeicher des Spießbauern für die Mäuse zum wahren Paradies machte, war die Tatsache, dass kein Kater da Zugang hatte. Das war nicht immer so gewesen. Früher hatte der Spießbauer die Falte zum Speicher immer für die Katzen offen gelassen und es war für Mäuse ein äußerst gefährliches Unternehmen gewesen, sich längere Zeit auf dem Speicher aufzuhalten. Damals hatten sie auch in dem bewussten Bau in der Scheune gewohnt. Aber Raffi hatte eines Tages einen großen Fehler begangen. Er hatte sich nämlich zur Gewohnheit gemacht, das offen gelagerte Getreide als Klosett zu benutzen. Als der Spießbauer dann eines Tages in direkte Berührung mit Raffis vergrabenen Schätzen gekommen war, hatte er fluchend die Falltür zum Speicher verschlossen. Lieber Mäuse als einen versauten Weizen. Hätte der Spießbauer allerdings gewusst, wie viele Mäuse mittlerweile seinen Speicher bevölkerten, er hätte gewiss die Falltür sofort wieder geöffnet. Modi, Redi und Grauschnauz waren inzwischen im Speicher angekommen und wurden sofort von den anderen Mäusen umringt. Alle redeten durcheinander und jeder wollte Grauschnauz in seine Höhle aufnehmen. Es wimmelte nur so von Mäusen. Sicher waren es dreißig oder auch mehr. Grauschnauz hatte sich gleich an einen großen Getreidehaufen gestellt und selbst vergessen zu schmausen begonnen. Puh, die Wette mit Redi hätte er sicher verloren, denn so einen riesigen Getreidevorrat hatte er wirklich noch nie in seinem Leben gesehen. Kapitel 3 Raphael Raphael, der schwarze Kater, lag auf dem flachen Dach des Schweinestalls und ließ sich die Sonne auf den Pelz brennen. Wie tot lag er da, die Augen geschlossen und die Beine weit von sich gestreckt. Hier und da zuckte sein Schwanz und das war auch schon das einzige Lebenszeichen. Raphael, kurz Raffi gerufen, war der Hauskater der Spieß und das Dach des Schweinestalls war einer seiner Lieblingsplätze. Hier konnte ihn niemand bei seiner Nachmittagsruhe stören und außerdem konnte er, wenn er wollte, den ganzen Hof überblicken und auch einen Teil des Nachbarhofes. Gleich neben dem Schweinestall stand ein hoher Maulbeerbaum, der einen Teil des Schweinestalldaches beschattete. Wenn es dem Kater in der Sonne zu heiß wurde, legte er sich einfach in den Schatten des Maulbeerbaumes. Wirklich ein ausgezeichneter Platz. Unter sich hörte Raffi im Halbschlaf dumpf das Grunzen der Schweine, im Maulbeerbaum lärmten die Spatzen und das friedliche Gackern der Hühner drang vom Misthaufen hinüber. Alles vertraute Geräusche. Eine Fliege setzte sich auf Raffis Kopf. Er vertrieb sie mit einem Zucken seiner Ohren. Seit zwei Stunden lag der Kater schon so da und die heiße Nachmittagssonne hatte ihn bis in die letzte Phase seines Körpers durchglüht. Raffi befand sich in einem Zustand von Behaglichkeit, der fast schon unbeschreiblich war. In solchen Augenblicken war es ihm, als ob er schweben würde. Dabei schlief er nicht tief und fest, wie es etwa Menschen tun, nein, Raffi war sich seiner Umgebung sehr bewusst, wenn er so in der Sonne düste. Er hörte dabei jedes kleinste Geräusch und wusste, sehr genau, von wem oder was es hervorgerufen worden war. Auch jetzt, als er ganz, ganz leise Schritte vernahm, wusste er genau, wer sich ihm näherte. Das Ziegeldach des Schweinestalls war in leichte Schwingungen geraten. Raffi bekam Besuch. Es war Kotti, der Nachbarskater. Gibt dir keine Mühe, sagte Raffi und öffnete dabei nicht einmal die Augen. Ich habe dich schon lange gehört. Hallo, Alter, begrüßte ihn Kotti und legte sich mit fauler Eleganz neben seinen Freund. Kotti war etwas kleiner als Raffi, sein Fell war grau getigert. Eine Weile lagen sie schweigend da. Dann sagte Raffi, was gibt's Neues? Aber er bekam keine Antwort. Kotti begann stattdessen zu schnurren. Hey, ich hab dich was gefragt. Kotti schnurrte noch lauter. Raffi gab ihm einen Klaps auf den Kopf. Kotti hörte auf zu schnurren und sagte langsam mit tiefer Zufriedenheit in der Stimme. Drüben bei Susi haben sein Schwein geschlachtet. Raphael stand mit einem Ruck auf den Beinen. Das sagst du mir erst jetzt, du Fressack? Ist noch was übrig? Och, genug Haufen von Därmen, Fleisch, ja, so ja, ein Stück Leber habe ich gefressen, wie im Schlaraffenland sage ich dir. Mehr brauchte Raphael nicht zu hören. Mit einem Satz sprang er in den Maulbeerenbaum und kletterte den oft benutzten Weg zum Dach des Wohnhauses empor. Ein Ast des Maulbeerbaumes ragte nämlich ein Stück über das Dach des Baumhauses. Und vom Dach des Spießhauses konnte Raffi mit Leichtigkeit die Dächer der Nachbarhäuser erreichen, da diese dicht nebeneinander gebaut waren und, nebenbei gesagt, die Mühlgasse bildeten. »Hier, warte auf mich!« rief ihm Kotti nach und sprang ebenfalls auf den Maulbeerbaum. Die beiden Kater waren kaum verschwunden, als in einem Astloch des hölzernen Geräteschuppens neben dem Schweinestall die Schnauzen zweier Hausmäuse sichtbar wurden. »Sind sie weg?« sagte die eine Maus zu der anderen. »Los jetzt!« Die beiden Mäuse kletterten hintereinander durch das Astloch ins Freie und liefen so schnell sie konnten über den Hof. Eine Henne, die sie erblickte, brach in erschrecktes Gegacke aus. Die beiden Mäuse verschwanden im Katzenloch des Scheunentores. Es waren Modi und Redi auf einem ihrer waghalsigen Streifzüge durch das Haus. Im Inneren der Scheune angekommen, verschlauften sie und sahen sich um. »Schau«, sagte Modi, »sie haben frisches Stroh gebracht.« »Hm, riecht gut«, meinte Modi. »Weizenstroh«, bemerkte Redi fachmännisch. »Aber leider ohne Körner«, sagte Modi, »komm, schauen wir in den alten Bau. Ich war schon ewig lange nicht mehr dort.« Sie liefen die Mauer entlang und kamen bald darauf zu dem kleinen Eingangsloch. Redi wollte eben hineinklettern, als er stutzte. »Riech mal«, flüsterte er. »Ja, da drin ist jemand«, bestätigte Modi schnüffelnd. Sie sahen sich fragend an und schnupperten wieder. »Riecht irgendwie nach Maus und doch ein bisschen anders«, sagte Redi. »Komm, wir sehen nach. Und wenn es nun keine Maus ist? Es riecht aber nach Maus. »Ja, aber nicht richtig. hast du Angst? Du? Ja, ein wenig. Was machen wir? Ja, Maus oder nicht Maus, das ist hier die Frage.« Sie schnupperten wieder eine Weile. »Ach, was«, sagte Redi schließlich, »was irgendwie nach Maus riecht, wird auch irgendwie eine Maus sein. Damit schlüpfte er in das Loch. Moody folgte ihm langsam. Je näher sie der Erdkammer kamen, desto stärker wurde der fremde, aber nicht unsympathische Geruch. Und als Redi endlich einen vorsichtigen Blick in die Erdkammer wagte, sah er Grauschnauz, der tief schlief. »Mudi, Moody«, flüsterte er in den Gang hinein, »Komm her, sieh dir das an!« Die beiden Hausmäuse betrachteten verwundert die schlafende Feldmaus. »Es ist eine Feldmaus, darüber besteht gar keine Zweifel«, flüsterte Redi. »Seltsam, schau, wie kurz ihr Schwanz ist! Ja, und die kleinen Ohren, wo die wohl herkommt? Ich werde sie wecken!« Redi zog Grauschnauz am Schwanz und Grauschnauz riss gleich erschrocken die Augen auf und stieß einen hohen Piepser aus. »Du brauchst keine Angst haben«, sagte Redi. »Wir tun dir nichts. Schau, wir sind auch Mäuse.« Grauschnauz brachte einige Augenblicke lang kein Wort hervor. So erschrocken war er. Die Aufregungen des vergangenen Tages saßen ihm noch in den Knochen und als ihn Redi am Schwanz gezogen hatte, hatte er geglaubt, das furchtbare Tier, das ihn durch die Scheune gejagt hatte, wäre wieder hier. »Mäuse«, murmelte Grauschnauz nun erleichtert und nur mit Mühe konnte er die Tränen zurückhalten. »Was bist denn du für einer und wo kommst du her?« fragte Moody. »Ich bin eine Feldmaus«, sagte Grauschnauz. »Wie ich hierher gekommen bin, weiß ich selbst nicht genau. Ach, es ist alles so verwirrend für mich. Gestern noch lebte ich in einem schönen Erdloch und heute ...« Nun musste er doch weinen. »Beruhig dich«, sagte Moody. »Jetzt kann dir ja nichts mehr geschehen.« »Genau«, meinte Redi. »Jetzt bist du in Sicherheit. Erzähl uns alles. Wir werden dir sicher helfen können.« Mit zittriger Stimme berichtete Grauschnauz von seinen Erlebnissen. Die beiden Hausmäuse hörten aufmerksam zu. Als Grauschnauz zu der Stelle kam, wie ihn das böse Tier mit den großen gelben Augen verfolgt hatte, unterbrach ihn Moody. »Das war der Kater«, sagte er, »unser spezieller Freund. Wenn man geschickt und schlau ist und sich nicht in unnötige Gefahr begebt, ist es halb so schlimm.« »Stimmt«, sagte Redi. »Weißt du, es wohnen noch viele andere Mäuse hier im Haus. Wir haben einen fabelhaften Platz auf dem Getreidespeicher, wo uns der Kater nichts anhaben kann und wo es Körner in Maßen gibt. Ich wette, so viele Getreidekörner auf einem Haufen hast du noch nie gesehen.« Bei der Erwähnung der Getreidekörner bemerkte Grauschnauz, dass er furchtbaren Hunger hatte. Er hatte seit mindestens 24 Stunden nichts mehr »Wisst ihr«, sagte er jetzt schüchtern zu Nudi und Redi, »ich wäre schon selig, wenn ich jetzt wenigstens fünf Weizenkörner hätte.« »Wir sind doch Dummköpfe«, rief Redi, »wir reden und reden und unser Freund ist am Verhungern. Los, kommt, lasst uns nach Hause gehen.« Die drei Mäuse verließen den Bau rückte Grauschnauz und zuletzt ging Modi. Die beiden Hausmäuse bewegten sich mit großer Routine und Sicherheit. Sie kannten die Stellen, an denen der Kater lauern könnte, sehr genau. Sie rannten ungehindert über den Hof und kletterten durch das Astloch in den Geräteschuppen. An der hinteren Wand lehnte ein dicker Pfosten, an dem kletterte Redi empor. Grauschnauz folgte ihm ohne Schwierigkeiten, Modi folgte dicht auf. Das obere Ende des Pfostens berührte den Dachstuhl des Schuppens. Von dort aus war ein Trägerbalken leicht zu erreichen. Dort, wo der Trägerbalken des Dachstuhls auflag, war wieder eine kleine Öffnung im Holz, durch die jetzt Redi schlüpfte. Der Geräteschuppen stand dicht neben dem gemauerten Gebäude, in dem sich der Getreidespeicher befand. Als Grauschnauz nun ebenfalls durch das Loch schlüpfte, sah er, dass in der dicht anschließenden Mauer in gleicher Höhe mit dem Loch eine Belüftungsscharte ausgespart war. Auf diese Weise also gelangten die Hausmäuse in den Getreidespeicher. Nun, ein Getreidespeicher, eine Kammer auf dem Dachboden, gefüllt mit Getreidekörnern, ist an sich ein traumhafter Platz für Mäuse. Was aber den Getreidespeicher des Spießbauern für die Mäuse zum wahren Paradies machte, war die Tatsache, dass kein Kater da Zugang hatte. Das war nicht immer so gewesen. Früher hatte der Spießbauer die Falte zum Speicher immer für die Katzen offen gelassen und es war für Mäuse ein äußerst gefährliches Unternehmen gewesen, sich längere Zeit auf dem Speicher aufzuhalten. Damals hatten sie auch in dem bewussten Bau in der Scheune gewohnt. Aber Raffi hatte eines Tages einen großen Fehler begangen. Er hatte sich nämlich zur Gewohnheit gemacht, das offen gelagerte Getreide als Klosett zu benutzen. Als der Spießbauer dann eines Tages in direkte Berührung mit Raffis vergrabenen Schätzen gekommen war, hatte er fluchend die Falltür zum Speicher verschlossen. Lieber Mäuse als einen versauten Weizen. Hätte der Spießbauer allerdings gewusst, wie viele Mäuse mittlerweile seinen Speicher bevölkerten, er hätte gewiss die Falltür sofort wieder geöffnet. Modi, Redi und Grauschnauz waren inzwischen im Speicher angekommen und wurden sofort von den anderen Mäusen umringt. Alle redeten durcheinander und jeder wollte Grauschnauz in seine Höhle aufnehmen. Es wimmelte nur so von Mäusen. Sicher waren es dreißig oder auch mehr. Grauschnauz hatte sich gleich an einen großen Getreidehaufen gestellt und selbst vergessen zu Schmausen begonnen. Die Wette mit Redi hätte er sicher verloren, denn so einen riesigen Getreidevorrat hatte er wirklich noch nie in seinem Leben gesehen. Rufus, der Häuptling der Kanalratzen, hockte an diesem Abend in Gedanken versunken in seiner mit feinsten Entenfedern ausgekleideten Erdkammer. Er dachte darüber nach, ob es nicht ein Fehler von ihm gewesen war, Gelbzahn in seine Meute aufzunehmen. Dieser fremde Ratz war ungewöhnlich stark gebaut und sah irgendwie gar nicht so naiv aus, wie er sich gegeben hatte. Vor allem aber gehörte er nicht zur Gattung der Kanalratzen und das allein war für Rufus schon ein Grund zum Misstrauen. Wer weiß, vielleicht war Gelbzahn sogar ein Spion, der den Auftrag hatte, ihre Gewohnheiten und Anlagen auszuerkundschaften. Ja, wer weiß. Andererseits wieder, wenn sich der kräftige Gelbzahn als treuer Untertan erwiese, wäre das von großem Vorteil. Rufus beschloss, Gelbzahn streng im Auge zu behalten und ihn bald auf die Probe hinzustellen. Ein Ratz namens Igor erschien im Eingangsloch zu Rufus Höhle und meldete aufgeregt, Chef, durch den Hauptkanal rindt Wasser, das nach Fett und Blut duftet. Dreimal hat es als Erster entdeckt. Er meinte, dass weiter oben in einem Haus ein grosseres Tier geschlachtet worden ist, vielleicht sogar ein Schwein. Gut, sagte Rufus, nimm dir vier kräftige Ratzen, dreimal und ein paar andere und seht nach, woher dieses Wasser kommt. Wenn es möglich ist, dringt in das Haus ein und sucht den Misthaufen. Dort werdet ihr sicher schöne Stücke Futter finden. Die Katzen sind wahrscheinlich ohnehin schon satt und werden schlafen. Naja, du kennst dich schon aus. Und noch etwas, nehmt den Neuen mit und beobachtet ihn genau, wie er sich so verhält. Ist in Ordnung, Häuptling. Igor huschte in den dunklen Gang und holte die anderen zusammen. Das Unternehmen war schnell erklärt und die fünf Kanalratzen und Gelbzahn waren bald darauf im Hauptkanalrohr, sozusagen stromaufwärts unterwegs. Gelbzahn kam dieser Auftrag sehr gelegen. Jetzt konnte er beweisen, was für ein Kerl er war. Gelbzahn war zu allem bereit. Bei jedem Zuflussrohr zum Hauptkanal machten sie Halt und beschnüffelten eingehend die Öffnungen. Schließlich fanden sie die richtige. Das Wasser, das dünn aus diesem Rohr ran, hatte starken Blut und Fleischgeruch wirklich viel versprechend. Einer hinter dem anderen kletterten die sechs Ratzen in das Abflussrohr, das direkt in den Hof des Hauses mündete. Als sie zum Ende des Rohres kamen, mussten sie allerdings feststellen, dass ein Drahtgitter den Weg ins Freie versperrte. Das Gitter war zwar Er versuchte es einige Male, indem er sich mit ganzer Kraft dagegen stemmte, aber das Gitter saß fest. Lass mich versuchen, sagte Gelbzahn und drängte die anderen Ratzen beiseite. Geht ein Stück nach hinten, damit ich Schwung holen kann. Die Kanalratzen gehorchten. Gelbzahn nahm einen Anlauf und warf sich mit seinem ganzen Gewicht gegen das Drahtgitter. Die Verankerung riss heraus. Der Weg war frei. Gut gemacht, lobte Dreimaul und übernahm wieder die Führung. Vorsichtig lauschend und schnüffelnd schlichen die Ratzen in den Hof des Bauernhauses. Der Misthaufen war schnell entdeckt. Wunderbare Düfte entströmten ihm. Für Gelbzahn war es seit vielen Stunden das erste Mal, dass er wieder frische Luft atmen konnte. Er hatte sich noch nicht an die stickige Luft im Bau der Kanalratzen gewöhnt und würde sich auch nie richtig daran gewöhnen können. Und so genoss er jetzt die angenehm warme Nachtluft, sog sie sehnsüchtig und wehmütig durch die Nase und schaute zu den stillblinkenden Sternen hinauf. Ein eigenartiges, etwas trauriges Gefühl erfasste ihn und nur deswegen konnte passieren, was ihm sonst niemals passiert wäre. Gelbzahn überhärte vollkommen die anschleichende Katze. Erst als er den weißen Fleck sah, der mit großer Geschwindigkeit auf sie zuschuss, wurde sich Gelbzahn der tödlichen Gefahr bewusst, in der sie schwebten. Zurück, zurück, rief er, aber für drei Maul kam diese Warnung zu spät. Die Katze hatte ihn bereits angesprungen und niedergerissen. Gelbzahn wandte sich zur Flucht. Die vier anderen Kanalratzen waren schon beim Eingang des Abflussrohres, aber jeder vollte zuerst hinein und so war für Sekunden eine Drängelei entstanden. Die Ratzen behinderten sich Einer wollte der Letzte sein. Als sich Gelbzahn umdrehte, sah er, dass die weiße Katze von dem toten Dreimaul abgelassen hatte und nun auf sie zurannte. Ihr konnte nur mehr eins helfen. Gelbzahn fasste all seinen Mut zusammen und lief der Katze entgegen. Dicht vor ihr sprang er in die Luft und stieß einen markerschütternden Schrei aus. Das hatte die Katze nicht erwartet. Erschrocken wich sie zurück. Dieses kurze Zögern der Katze genutzte Gelbzahn und rannte nun zum Abflussrohr zurück. Zu seiner Erleichterung sah er, dass die Kanalratzen endlich darin verschwunden waren. Wie ein Pfeil schoss er in die dunkle Öffnung und rannte ein Stück hinein. Dann drehte er sich um. Wie zwei glühende Lichter glänzten die Augen der Katze in der Öffnung des Abflussrohres. Gelbzahn rannte weiter, bis er im Hauptkanal auf die Vierratzen stieß. Der Schreck steckte ihnen noch in sämtlichen Gliedern. Das war deutlich zu sehen. Was anderer Rats und lief den Kanal hinunter. Die anderen folgten ihm. Gelbzahn blieb zurück und dachte nach. Ein tollkühner Gedanke war ihm gekommen. Wie wäre es, wenn ich noch einmal zurück ginge? Das ist bestimmt das Letzte, was die Katze annehmen würde. Gelbzahn fühlte sein Herz aufgeregt pochen. Eine Weile saß er noch unentschlossen da. Dann gab er sich einen Ruck und kletterte wieder in das Abflussrohr. Er bemühte sich, nicht das kleinste Geräusch zu verursachen. Schon schimmerte vor ihm die helle Öffnung des Rohres in den Hof. Zentimeter für Zentimeter schob sich Gelbzahn vorwärts. Angespannt lauschte er auf ein Geräusch, das auf die Anwesenheit einer Katze schließen ließ. Aber es war nichts zu hören. Endlich wagte Gelbzahn einen Blick in den Hof. Nicht weit von seinem Standort entfernt lag der totgebissene Dreimaul. Die Katze hatte ihn liegen gelassen. Wahrscheinlich war sie für heute satt und hatte kein weiteres Interesse für Ratzenjagd. Gelbzahn hoffte es jedenfalls. Sein Leben hing schließlich davon ab. Lautlos schlich er in den Hof und hielt sich dabei im Schatten der Gebäude. Er erreichte den Misthaufen und hatte bald die für Menschen unbrauchbaren Reste Reste des Schweines gefunden. Hastig nahm Gelbzahn ein großes Stück der Hinnereien ins Maul und schleifte es zum Abflussrohr. Unbehelligt kam er dort an und beeilte sich, seine Beute vollends in Sicherheit zu bringen. Keuchend langte er im Hauptkanal an. Hier machte Gelbzahn eine Rastpause. Das Wagnis war geglückt. Nachdem sich Gelbzahn genügend ausgeruht hatte, setzte er seinen Weg fort. Endlich kam er beim Eingangsloch des Ratzenbaus an. Er legte seine fette Beute im Kanalrohr ab und kroch in den Bau. Inzwischen kannte er bereits die wichtigsten Gänge. Er eilte zum großen Versammlungssaal. Das müssen wir melden, feige Bande, dachte Gelbzahn. Nun hocken sie wahrscheinlich bei ihrem Häuptling und berichten, wie tapfer sie gewesen sind. Gelbzahn hatte Recht. Als er um die Ecke bog und in den Versammlungssaal trat, hörte er eben noch einen der Ratzen, die bei dem Abenteuer mit der Katze dabei gewesen waren, sagen, Dreimaul ist tot, ganz sicher, und der Neue war plötzlich verschwunden. Wahrscheinlich hat er vor lauter Angst das Weite gesucht. Rufus hatte Gelbzahn erblickt. Seine Augen verengten sich. Auftrag ausgeführt, Chef, sagte Gelbzahn. Die Köpfe der versammelten Kanalratzen fuhren herum. Gelbzahn grinste sie an. Die Beute liegt draußen im Rohr, sagte er. Ich bin noch einmal umgekehrt, nachdem die Katze weg war und hab das Zeug hergebracht. Erstauntes Gemurmel setzte ein. Gelbzahn hörte befriedigt Laute der Bewunderung heraus. Das hast du gut gemacht, lobte Rufus. Teilt die Beute auf, sagte er zu den anderen Ratzen. Und du, Gelbzahn, nimm dir das beste Stück. Danke, Häuptling, sagte Gelbzahn und unterdrückte einen Grinsen. Du alter schlauer Hund, dachte er bei sich. Das hast du klug entschieden. Ganz der großzügige Häuptling, der seine tapferen Krieger zu belohnen versteht. Er stellt mich als Vorbild hin und lässt dabei keinen Zweifel aufkommen, dass er es genauso gut gemacht hätte, wenn nicht sogar besser. Dadurch behält er seine Würde und gewinnt auch noch an Ansehen. Aber ich habe auch gewonnen und ich werde auf diese Weise weitermachen. Als die Ratzen den Versammlungsraum verlassen hatten, hockte Rufus noch eine Zeit lang alleine da. Ein brauchbarer Bursche, dieser Mühlratz, dachte er. Entschlussfreudig und bereit, ein Risiko auf sich aufzunehmen. Das sind Anführereigenschaften. Die Bewunderung, die Gelbzahn von den anderen Kanalratzen geerntet hatte, war ihm nicht entgangen. Rufus kroch langsam zu seiner Wohnhöhle. Sein Rücken schmerzte ihn. Ach, ich werde alt, dachte er und ließ sich ächzend in die Federn fallen. Aber ich werde noch lange nicht abtreten. Niemals wird das geschehen. Ich muss meinen Leuten demnächst zeigen, dass ich noch der Alte bin. Ja, ich habe schon lange nicht mir meine Höhle verlassen. Bin vielleicht zu bequem geworden in den letzten Jahren. Und dieser Junge heißt Sporn. Zum Glück habe ich meinen scharfen Verstand und Erfahrung. Viel Erfahrung. Rufus erhob sich von seinem Lager und ging zur rückwärtigen Wand der Höhle. Ein dichtes Gewehr von Wurzeln bedeckte sie. Der alte Ratz schob die Wurzeln zur Seite und schob seinen Körper in die nun sichtbar gewordene Öffnung. Hinter der Wurzelwand befand sich ein Geheimgang. Er war nur Rufus bekannt. Vor vielen Jahren war dieser Stollen gegraben worden. Die Ratzen, die ihn angelegt hatten, lebten alle längst nicht mehr. Rufus zog den Wurzelvorhang hinter sich zu und kroch in den Gang hinein. Modrig und erdig kroch die Luft. Der Häuptling der Kanalratzen kroch immer weiter in den Erdmond Tunnel. Er war sehr lang. In Abständen gab es auch hier Seitengänge. Wohin sie führten, das wusste nur Rufus. Schließlich wurde die Luft besser und ein Stück voraus schimmerte es einige gerade heller. Allerdings war das nur für Ratzenaugen erkennbar. Der Gang war zu Ende. Rufus schlüpfte hindurch und befand sich nun in seinem Privatbereich. Hierher kam er, wenn er schwierige Gedanken zu wälzen hatte, wenn wichtige Entscheidungen notwendig geworden oder wenn er ganz einfach alleine sein wollte. Es war ein besonderer, ein ungewöhnlicher Ort. Ein vollkommen runder, hoher Raum. Ein Dom. Trocken und wohltemperiert war es hier. Der Boden bestand aus feinem Sand und die Decke hoch oben teilte ein Schlitz, durch den, dünn wie Papier, ein Strahl Mondlicht hineinfiel. Rufus hockte im halb zugeschütteten Schacht eines alten Brunnens, der sich in einer Ecke des Spießschen Gemüsegartens befand. Der Kanalratz machte grabende Bewegungen im Sand und zog gleich darauf einen länglichen Gegenstand heraus. Er grub weiter und brachte nach kurzer Zeit eine Zündholzschachtel zum Vorschein. Dann klemmte er sich die Zigarre hinter die Schneidezähne, nahm ein Zundhölzchen aus der Schachtel und strich es an. Zischen schoss die Flamme in die Höhe. Rufus hatte lange gebraucht, bis er dieses Kunststück beherrschte. Geschickt hielt er die zuckende Flamme an das Zigarrenende und begann zu ziehen und zu puffen. Das brennende Streichholz steckte er in den Sand und sah fasziniert zu, wie es schnell abbrannte. Rufus hockte sich bequem in eine Sandmulde. Alt, aber erfahren, dachte er. Zur gleichen Zeit saß Raffi auf dem Dachfierst des Spießhauses und schaute in den Sternen übersäten Himmel. Der Mond schien sehr hell. Es war eine klare Nacht. Weiter oben in der Mühlgasse heulte ein Hund, sonst war es still. Raphael brauchte heute nicht auf Mäusejagd gehen. Er und Kotti hatten sich am Nachmittag bei Susi ordentlich die Bäuche vollgeschlagen. Susi war Cottis Freundin. Sie wohnte zwei Häuser weiter. Susi war eine wunderschöne Katze. Kaum eine im Dorf hatte so ein schönes weißes Fell wie sie. Kotti konnte stolz auf seine Freundin sein. Plötzlich befiel Raphael Traurigkeit, denn er musste an seine eigene Freundin denken, die vor einigen Wochen von den Menschen entführt worden war. Sie hatte Zilli geheißen und ein schwarz-weiß geflecktes Fell gehabt. Raffi hatte sie sehr gern gehabt. Fremde Menschen waren eines Tages aufgetaucht und mit ihnen ein kleines Mädchen. Das Mädchen hatte den ganzen Tag über mit Zilli gespielt. Auch Raffi hatte kurz mit gespielt und sich von dem kleinen Mädchen streicheln und herumtragen lassen. Es war eigentlich sehr lustig und angenehm gewesen, aber als am Abend dieses Tages die fremden Menschen mit ihrem Auto wieder wegfuhren, hatten sie Zilli mitgenommen. Seit dieser Zeit hatte Raphael nichts mehr von ihr gehört. Wo sie jetzt wohl ist? Ob sie gerade an mich denkt? überlegte Raffi. Ein Gedicht fiel ihm ein und er sang es lang gezogen über die Dächer, die Augen auf den Mond gerichtet. Hier sitze ich im Sternenlicht und denke an dich. Der Mond leuchtet gelb wie deine Augen. der Himmel ist schwarz wie die schwarzen Flecken deines Fels und die Sterne glänzen wie die weißen Stellen deines Fels Miao Ich bin ein einsamer Kater Miao Einsam So einsam Miao 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 Unten im Schlafzimmer der Spieß zog sich der Bauer die Decke über den Kopf Raffis Gesang hatte ihn aus dem Schlaf gerissen Verfluchtes Mistviech schimpfte er und wälzte sich auf die andere Seite Raffi auf Mäuse Jagd Rafael saß auf dem Heuboden in der großen Scheune des Spießhofes und wusch sich. Er hatte eben sein Vormittagsschläfchen beendet und dachte an seinen schönen Traum. Eine Katze war darin vorgekommen, eine schöne weiße Katze. Rafi konnte sich nicht mehr an den genauen Ablauf des Traums erinnern. Er wusste nur, dass er einer schönen weißen Katze auf einem wahnsinnig steilen Dach begegnet war und dass sie ihn angelächelt hatte. An die Gefühle, die er dabei empfunden hatte, konnte er sich allerdings ganz genau erinnern. Alles war so süß gewesen, schön und glücklich, Milch und Honig, warm und weich. Rafi hielt in seiner Katzenwäsche inne. Junge, Junge, du spinnst, dachte er. Milch und Honig, warm und weich. Seit Zilli weg war, habe ich öfter schon solche Träume gehabt. Das Beunruhigende daran war, seine Zilli war in keinem einzigen Traum vorgekommen. Und dabei liebte er sie doch so heiß. Rafi hatte seine Wäsche beendet und sog genüsslich den würzigen Duft des Heus durch die Nase. Milch und Honig, hm, dachte er. Das ist gut. Das kann ich für ein Gedicht verwenden. Er ging nachdenklich zu der Leiter, die an den Heuboden gelehnt war, und sprang geschickt Sprosse für Sprosse hinunter. Die gestampfte Erde des Tennenbodens fühlte sich angenehm kühl unter seinen Pfoten an. Geräuschlos ging er zur Tür zum Kuh- und Pferdestall und schlüpfte hinein. Dumpfer Kuhmistgeruch schlug ihm entgegen. Die Kuh wandte träge ihren Kopf und sah ihn stupide an. Rafi ging zu seinem Katzenteller, der neben dem Melkschemel stand und schnupperte an dem Milchrest. Keine Fleischabfälle heute? Nicht einmal Hühnerknöchelchen? Ach ja, stimmt. Fleischabfälle gab es nur sonntags bei seinen Menschen und heute war erst Donnerstag. Muuu, sagte die Kuh und rasselte mit der Kette. Raphael schaute kurz zu ihr hinüber und verließ dann den Stall auf demselben Weg, auf dem er gekommen war. Arme Muuu, dachte Rafi. Welch ein Glück für sie, dass sie so einen kurzen Verstand hat, ein Leben lang am gleichen Ort angekettet sein. Das muss sich einer vorstellen. Das wäre nichts für mich. Rafi hockte sich in die Mitte des Tennenbodens und musterte befriedigend den gewaltigen Dachstuhl über sich. Zottelige Spinnwebenfetzen hingen hoch oben von den Balken. Durch einen gläsernen Dachziegel fiel ein gleißender Lichtstrahl hinein und die Luft war voll von Kräuterdüften und im Geruch des Sonnendurchglühten Strohs. Durch die Ritzen der beiden sich gegenüberliegenden Scheunentore blickte und blitzte die Mittagssonne und durch die Dachziegel hörte er das Trippeln und Kratzen von Trauben krallen. Heimliches Hühnergegacker drang vom Hof an sein Ohr. Das war sein Reich, sein Revier. Das heißt, sein Revier schloss eigentlich den ganzen Bauernhof ein und auch noch den dahinterliegenden Gemüsegarten. Aber die Scheune war eindeutig der Mittelpunkt. Rafi liebte sein Reich. Er genoss das Gefühl, einen so wundervollen Ort sein Zuhause nennen zu können. Er war frei und ungebunden. Seine Menschen sahen ihn gerne und berührten und streichelten ihn oft. Das Einzige, was sie von ihm erwarteten, war, dass er Mäuse fing. Aber mit den Mäusen hatte Rafi in letzter Zeit seine liebe Not. Sie zeigten sich sehr selten außerhalb des Speichers und den Zugang zum Speicher hatte ihm der Bauer unmöglich gemacht. Warum wohl? Ach, die Gedankengänge der Menschen waren doch sehr schwer zu durchschauen. Nun waren anscheinend sämtliche Mäuse des Hauses auf den Speicher gezogen und lachten wohl über ihn. Rafi bekam plötzlich großen Appetit auf einem Maus. Von allen Speisen der Welt sind Mäuse das Köstlichste, dachte Rafi. Nichts sättigt mehr und gibt größere Kraft als eine Maus. Er stand auf und ging leise zum Mäusebau an der vorderen Scheunenmauer. Dort war ihm vorgestern eine Feldmaus entwischt, die wohl mit einer Strohfuhre der Menschen hereingekommen war. Rafi schnupperte und horchte am Eingangsloch der Mausehöhle. Nichts zu hören. Ob sie bereits ebenfalls auf den Speicher übergesiedelt war? Rafi schüttelte ärgerlich den Kopf. Ich werde mal zum Speicher gehen und nachsehen, ob sich eine Maus blicken lässt, dachte er. Durch das Katzenloch im Scheunentor eine kreisrunde Öffnung mit einem Durchmesser von ungefähr 15 cm, die an allen Scheunentoren des Dorfes zu finden ist. Sie hat den ebenso einfachen wie praktischen Zweck, den Katzenzugang zu den Scheunen zu ermöglichen. Durch dieses Katzenloch also schlüpfte Rafi in den Hof. Seine Pupillen verkleinerten sich schlagartig, als er in die pralle Mittagssonne traf. Rafi durchquerte den Hof, kletterte auf den Maulbeerbaum, von diesem auf das Dach des Schweinestalls und von dort aus sprang er auf das Dach des Geräteschuppens hinüber. Dem Geräteschuppen schloss sich das Ziegeldach des Gebäudes an, in dem sich das Getreidelager befand. Rafi stieg auf den Dachfirst jenes Gebäudes, schlich leise ein Stück weiter und hockte sich dann in lauer Stellung nieder. Er spitzte die Ohren und horchte auf etwaige Geräusche in dem darunterliegenden Raum. Zu dieser Tageszeit schliefen die meisten Mäuse in ihren Wohnungen hinter der Holzverkleidung des Speichers. Sie hielten ihren bis in den Nachmittag hinein dauernden Mittagsschlaf. Grauschnauz schlief noch nicht. Er und ein Hausmäuserich namens Pfeifer hockten auf den Dielen vor dem großen Weizenberg und sortierten Körner. Sie suchten die hellsten und die dunkelsten Weizenkörner heraus und legten damit auf dem Boden vor sich Ornamente. Das war ein sehr beliebtes Spiel der Hausmäuse. Ein Korn legte Grauschnauz, eines Pfeifer, dann war wieder Grauschnauz an der Reihe. Sie hatten bereits eine schöne Rosette ausgelegt. »Weißt du, dass Modi morgen Geburtstag hat?« fragte Pfeifer. »Drei Jahre wird er alt.« »Äh, so« sagte Grauschnauz. »Wird er ihn feiern?« »Sicher«, sagte Pfeifer und fügte wieder ein Korn in die Rosette. »Wenn du es nicht weiter versagst, verrate ich dir etwas.« »Oh, ein Geheimnis«, rief Grauschnauz. »Ha, ein schönes Geheimnis«, sagte Pfeifer. »Aber nichts verraten.« »Nein.« »Also, hör zu. Rupert und ich werden heute Abend in die Speisekammer der Menschen gehen und ein schönes Geschenk für Modi holen.« »Oh«, sagte Grauschnauz. »Ein abenteuer Überraschungsgeschenk, also. Was gibt's denn in dieser Speisekammer zu holen?« »Du bist dran.« sagte Pfeifer. »Äh, wie bitte?« »Leg dein Korn.« »Ach so, Entschuldigung.« »Also, die Speisekammer ist der herrlichste Ort der Welt«, fuhr Pfeifer fort. »Wie der Name schon sagt, enthält er Speisen. Menschen speisen.« »Aber was für welche? Speck, Käse, Rahm, Seligfleisch?« »Kenne ich alles nicht«, sagte Grauschnauz. »Tja, das dachte ich mir«, sagte Pfeifer. »Freund, wenn du einmal in deinem Leben Käse gegessen hast, kannst du es nicht mehr lassen. Das ist ein Geschmack.« »Ein Geschmack!« Pfeifer hatte einen leisen Pfiff ausgestoßen, mit dem er den wunderbaren Geschmack des Käses bekräftigen wollte. Draußen auf dem Dach zuckte Raphael zusammen. Er hatte einen Pfiff gehört. »Und Speck? Was ist ein Speck?«, fragte Grauschnauz neugierig. »Speck«, sagte Pfeifer schwärmerisch, strich sich über den Bauch und schloss die Augen. »Speck ist beinahe noch köstlicher als Käse. Er ist fett und schmeckt nach Rauch.« »Äh, Rauch? Und das ist gut?« »Was heißt gut?« »Köstlich!« Pfeifer hatte vor lauter Schwärmen das Körnerspiel vergessen. Aber auch Grauschnauz dachte nicht mehr uns weiterspielen. »Äh, und Rahm?«, fragte er. »Rahm ist ein kühles, weißes Gedicht«, sagte Pfeifer. »Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Rahm ist der König der Speisekammer. Haha, ja, oh ja.« »Äh, weißt du was?«, sagte Grauschnauz. »Ich will mitgehen. Lässt sich das irgendwie machen?« »Hm«, überlegte Pfeifer. »Es ist nicht ungefährlich, weißt du. Wie steht es mit deinen Kletterkünsten?« »Oh, bestens«, sagte Grauschnauz. »Ich kann klettern wie eine Hausmaus. Mach dir darüber mal keine Sorgen.« »Aber du hast einen so kurzen Schwanz«, gab Pfeifer zu bedenken. Also, wir Hausmäuse benutzen nämlich sehr stark den Schwanz beim Klettern, wie du ja wohl schon beobachten konntest. Und der Weg zur Speisekammer ist nahezu eine einzige Kletterpartie. »Stimmt, mein Schwanz ist kurz«, gab Grauschnauz zu. »Aber sieh doch einmal diese Krallen!« Er spreizte die Finger und Zehen und ließ seine kräftigen Krallen sehen. Pfeifer prüfte ihre Schärfe mit dem Finger. »Nicht übel«, sagte er. »Also gut, du kannst mitkommen. Aber die endgültige Entscheidung liegt natürlich bei Rupert. Wir werden heute Abend mit ihm sprechen. Aber jetzt schlage ich vor, dass wir einige Stündchen schlafen, damit wir bis dahin gut ausgeruht sind.« »Ja, so machen wir's«, sagte Grauschnauz freudig. Die zwei Mäuse verwischten die Körnerrosette und begaben sich dann in ihre Schlafgemächer. Raphael hockte noch immer mit gespitzten Ohren auf dem Dach und hörte das leise Trippeln der Mäusebeinchen. Dann war es lange Zeit still. Und es blieb still. Endlich wurde Raffi das sinnlose Lauern zu dumm. Er erhob sich, machte einen Katzenbuckel und verließ das Dach. »Ein Dachboden voller Mäuse«, dachte Raffi, »vor meiner Nase.« Sein Appetit hatte durch dieses Zwischenspiel nur noch zugenommen. Er lief durch den Hof und kletterte über den Holzzaun auf die Dorfstraße hinaus. Gegenüber lag der Hund des Sattlermeisters, vor dessen Werkstatt und döste hechelnd vor sich hin. Raffi ging langsam den Gitterzaun seines Gemüsegartens entlang. »Wenn ich doch nur den Bauern irgendwie auf die Mäuse aufmerksam machen könnte«, überlegte er. »Aber welches Tier kann schon die Menschensprache?« »Keins.« Raphael schlenderte grübelnd den staubigen Weg hinter dem Gemüsegarten hin an. Er überlegte und überlegte, und ehe er sich's versah, befand er sich in jenem Teil des Ortes, in dem vorwiegend Scheunen standen. Im fremden Revier. Ungefähr zwanzig wuchtige Scheunen standen hier, zum Teil vereinzelt oder in Reihen dicht nebeneinander. Dazwischen gab es Gemüsegärten, Holz- und Steinhaufen, Pappelbäume, Weidengebüsch, Mais, Speicher und viel üppig wucherndes Unkraut. Wahre Wälder von Brennnesseln säumten die scheuen Mauern, und nicht weit von Raffi entfernt stand eine frische Strohtriste. Raffi war stehen geblieben. »Wessen Revier ist das?« dachte er. »Ah, ja, jetzt weiß ich's wieder.« Diese zwei Scheunen dort vorne waren bei der letzten Katerkonferenz dem roten Max zugesprochen worden. Aber gehören die Strohtriste und der Gemüsegarten auch noch zu seinem Revier? Sicher nicht. Die Strohtriste ist frisch, die gehört noch niemandem. Raffi ging ein paar Schritte, bis der Schatten einer Scheune über ihm war. »Puh, ganz schön heiß heute«, dachte er. Plötzlich drang ein unverkennbares Geräusch an sein feines Gehör. Das Geräusch, das eine Maus verursacht, wenn sie im Gras herumkriecht und Blätter benagt. Mäuse fressen nämlich auch Blätter gewisser Kräuter. Besonders bei dieser Hitze. Damit löschen sie ihren Durst. Raffi duckte sich auf den Boden und schaute angestrengt in die Richtung, aus der er das Geräusch vernommen hatte. Da war es wieder. Es kam aus dem dichten Unkrautgebüsch nahe dem Maisspeicher vor ihm. Raffi duckte sich noch tiefer und schlich mit äußerster Vorsicht zu jenem Gebüsch. Sein Schwanz zuckte nervös. Endlich wieder Mäusefutter. Je näher er der Stelle kam, wo die Maus umherkrabbelte, desto langsamer bewegte er sich. Schließlich hatte er sich bis auf einen Meter an die Unkrautstaude herangearbeitet. Die Maus hatte ihn noch nicht bemerkt. Raffi hörte ganz deutlich, wie sie an dem Grünzeug knabberte. Und dann bemerkte er ein winziges Stück ihres Schwanzes, das unter einem kleinen Blatt hervorguckte. Das Ziel war erkannt. Der Abstand stimmte. Raffi sprang. Die Maus musste in letzter Sekunde Verdacht geschöpft haben. Noch während Raffi durch die Luft sauste, nahm die Maus Reißaus. Raffis Pfoten schlugen ins Leere. Seine Krallen zerfetzten lediglich das Blatt der Kleestaude, unter dem einen Augenblick vorher die Maus gesessen hatte. Die Maus huschte aus dem Unkrautgebüsch und lief so schnell sie konnte über den Weg. Ihr Ziel war die Strohtriste. Raffi setzte ihr in weiten Sprüngen nach. Kurz vor der Strohtriste erwischte er sie. Er tötete die Maus mit einem Biss und begann sie zu verzehren. Nach kurzer Zeit hatte er sein Mahl beendet. Mahlzeit, sagte da eine Stimme hinter ihm. Raffi wirbelte herum und sah sich dem roten Max entgegen. Der Rote Max war ein bulliger Kerl. Er besaß einen dicken Kopf mit kurzen Ohren und sein Fell war rot getigert. Sogar seine Schnurrbarthaare schimmerten rötlich. Seit wann jagte Raphael der Schwarze in fremdem Revier? Knurrte Max. Das ist mein Gebiet. Sag jetzt nicht, dass du das nicht gewusst hast. Feldwege und sonstige Wege zwischen den Häusern sind allgemeines Jagdgebiet, zitierte Raffi aus den Jagdregeln der Katerschaft. Max' Augen verengten sich. Schon, schon, sagte er. Das hast du schön gesagt. Aber diese Strohtriste gehört zu meinem Revier und hier hast du doch die Maus gefressen. Versuche nicht zu leugnen. Ich habe dich die ganze Zeit über vom Dach aus beobachtet. Ich habe die Maus über den Weg gejagt und vor der Triste erwischt, sagte Raphael. Außerdem war diese Triste bis vor einigen Tagen noch nicht hier. Sie kann also gar nicht zu deinem Revier gehören. Das muss erst beim nächsten Katzentreffen entschieden werden. Und jetzt gib den Weg frei. Diese Art von Gespräch gefällt mir ganz und gar nicht. Es ist lächerlich und eines Katers unwürdig, sich über eine Maus zu streiten, die noch dazu bereits verzerrt ist. Max lachte. Du bist in Ordnung, Raffi. Nichts für ungut. Ich gönne dir ja die Maus. Aber sag, warum jagst du nicht in deinem eigenen Revier? Heuer ist doch ein ausgesprochenes Mäusejahr. Mäuse in Hülle und Fülle, wohin man nur schaut. Der gefleckte Lorenz war vorgestern auf den Feldern draußen. Er hat mir erzählt, dass es dort vor Mäusen nur so wimmeln soll. Alle zwei Schritte tappt man in ein Mäuseloch, sagte er. Man braucht nur den Mund aufmachen und die Graupelze spazieren einem hinein. Lorenz übertreibt wieder einmal, sagte Raffi und lachte. Aber weil du fragst, ich habe tatsächlich Probleme mit den Mäusen bei mir zu Hause. Der Bauer hat den Speicher abgesperrt. Und wie es aussieht, haben sich dort oben alle Mäuse des Hauses versammelt. So viel ich auch suche, ich finde keinen anderen Zugang zu diesem verdammten Speicher. Nun, das ist dumm, sagte Max, wirklich dumm. Aber weißt du was? Ich lade dich ein, in meinem Revier zu jagen. Du frisst mir nichts weg. Ich habe Graupelze genug. Na, wie klingt das? Danke, Max, sagte Raffi. Sehr freundlich von dir. Ich werde bei Gelegenheit auf dein Angebot zurückkommen. Doch so arg ist es noch nicht. Du kennst doch Kotti, meinen Busenfreund. Nun, bei ihm kann ich im Notfall ebenfalls Mäuse fangen. Na, dann ist ja alles gut, sagte Max. Übrigens, damit ich es nicht vergesse, in zwei Tagen ist der monatliche Katzentreff. Du weißt schon, im verwilderten Garten, wenn der Mond hinter den Scheunen steht. Sag's bitte weiter. Mach ich, sagte Raffi. Also dann, auf ein Wiedersehen in zwei Tagen. Servus, Raffi, sagte Max. Die beiden Kater trennten sich. Als sie hinter den Scheunen und Sträuchern verschwunden waren, guckten zwei Mäuse traurig aus einem Loch in der Strohtriste. Schluff hat's erwischt, sagte die eine sehr traurig. Tja, so ist das Leben, sagte die andere sinnend. Der Tod ist die Tür zu einer anderen Welt, fügte sie nach einer Weile hinzu. Schluffskörper nährt den Kater und er selbst kriecht jetzt durch den goldenen Tunnel in den Mäusehimmel. So hat alles seinen Sinn. Der Tag neigte sich dem Ende zu. Die Spieß waren von der Feldarbeit heimgekehrt. Die Bäuerin hatte die Kuh gemolken, der Bauer hatte die Tiere gefüttert und der Sohn den Stall ausgemistet. Es war ein heißer, anstrengender Tag gewesen. Während sich der Bauer das verschwitzte und sonnenverbrannte Gesicht wusch, bereitete die Bäuerin das Abendessen zu. Der Duft von Paradeissuppe und Knödel zog durch die Küche. Die Tiere des Hauses hatten bereits ihr Futter gefressen oder waren eben dabei. Mit zunehmender Dämmerung wurde es ruhiger in den Ställen. Nicht so auf dem Getreidespeicher. Nun wurden die Mäuse immer lustiger und lebendiger. Sie kamen aus ihren Schlaflöchern hervor, schossen übermütig kreuz und quer durch den dunklen Dachboden, fassen Körner, kletterten im Dachstuhl herum, erzählten sich Witze und Geschichten und saßen in Gruppen beim Körnerspiel zusammen. Grauschnauz und Silberohr, seine neue Freundin, lagen in ihrem Mäusenest und küßten und knutschten sich bereits seit einer Stunde. Silberohr kicherte und quietschte vor Vergnügen. Plötzlich fiel Grauschnauz das bevorstehende Speisekammerabenteuer ein. »Ich muss gehen, mein Goldohrli«, sagte er. »Eine Verabredung, weißt du?« »Oh, bleibt doch noch ein bisschen«, sagte Silberohr schmollend. »Gerade jetzt, wo es so schön ist.« »Ich komm doch bald wieder«, tröstete Grauschnauz sie und küsste sie noch einmal auf ihre spitze Schnauze. »Ich bring dir dann eine Überraschung mit.« »Oh, ein Geschenk«, rief die Maus. »Wie schön«. »Ja, ein Geschenk«, sagte Grauschnauz, »ein hübsches Putzi-Mutzi-Geschenk. Ich komme bald wieder.« Grauschnauz verließ die Höhle und suchte das Eingangsloch zur Ruperts Wohnung. »Spielst du mit, Grauschnauz?« rief ihm eine Maus zu, die mit fünf anderen bei einem kunstvollen Körnermosaik hockte. »Keine Zeit«, winkte Grauschnauz ab. »Aber sag, wo ist denn geschwind der Eingang zur Ruperts Höhle?« »Dort hinten, gleich neben der Schaufel.« »Danke«, Grauschnauz kroch den langen Gang zu Ruperts Höhle hinein. Pfeifer war bereits da. »Du kommst gerade recht«, begrüßte er ihn. »Ich habe Rupert schon gesagt, dass du mitmachen willst. Er ist einverstanden. Wir besprechen eben den Weg zur Speisekammer.« »Hallo, Grauschnauz«, sagte Rupert. »Komm, setz dich her und hör gut zu.« Der Feldmäuserich gesellte sich zu seinen Freunden. »Das Wichtigste bei so einem Vorhaben ist die Planung«, sagte Rupert. »Wenn wir einmal unterwegs sind, darf es keine Unklarheiten geben. Es gibt zwei Gefahrenstellen und etlich gefährliche Punkte. Die eine Gefahr sind die Menschen und die andere der Kater. Die erste Gefahrenquelle schalten wir weitgehend dadurch aus, indem wir abwarten, bis die Menschen schlafen. Das dürfte bald der Fall sein. Was die andere betrifft, der Kater, so können wir nur auf unser Glück vertrauen. Kann sein, dass er auswärts ist. Kann sein, dass er in der Scheune herumstrolcht. Möglich wäre es aber auch, dass er irgendwo im vorderen Hof hockt und dem Gras beim Wachsen zuhört. Das wäre Pech für uns. Warum, brauche ich wohl nicht zu sagen. Nun zu den Gefahrenpunkten. Wir werden den Weg durch den Werkzeugschuppen nehmen, durch das Astloch, ihr wisst schon. Bis dorthin ist es einfach. Aber sind wir erst einmal im Freien. Heißt's Augen und Ohren aufmachen. Wir werden uns immer dicht neben den Gebäudemauern halten. Dort ist die Nacht am schwärzesten und es gibt dort viele Unterschlupfmöglichkeiten. Ziegelsteine, Unkraut, Holzplatten, naja und so weiter. Grauschnauz und Pfeifer hörten gespannt zu. Rupert war wirklich ein kluger Stratege. Er hatte neben Moody und Redi die meiste Erfahrung in derartigen Ausflügen. Wir werden durch den Sprossenzaun in den vorderen Hof klettern und dann haben wir die Wohnhöhlen der Menschen vor uns. Nach dem zweiten Fenster in der hohen weißen Mauer kommt ein kleines Fenster. Eigentlich ist das mehr ein Belüftungsloch. Du kennst es, Pfeifer. Wenn wir dort glücklich angekommen sind, steht uns das Schwierigste noch bevor. Die Belüftungshöhle befindet sich nämlich in einer Höhe von mindestens 30 Mäuselängen vom Boden aus gerechnet. Zum Glück ist genau dort ein Holzpfahl in den Boden gerammt. An seinem hohen Ende haben die Menschen eine Schnur festgebunden, an der sie immer ihre Wäsche zum Trocknen aufhängen. Diesen Holzpfahl werden wir hinaufklettern und von seinem obersten Ende aus können wir dann das Belüftungsloch erreichen. Nun kommt's. Das Loch ist mit einem feinen Insektengitter gesichert. Bei unserem letzten Besuch haben wir es durchgenagt. Das war relativ leicht gewesen, denn das Gitter bestand aus einem weichen Material. Ich glaube, Plastik oder so heißt es. Nun könnte es aber sein, dass die Menschen das Loch im Gitter in der Zwischenzeit bemerkt haben und das Gitter erneuert haben. Ist es wieder ein Plastikgitter, wird uns das nicht stören. Möglich wäre es allerdings auch, dass sie diesmal ein Drahtgitter eingebaut haben. Dann müssten wir leider umkehren. Für den Fall, dass wir in die Speisekammer einsteigen können, gilt folgende Verhaltensregel. Nichts darf berührt werden, was Lärm erzeugen könnte. Es wird nicht sinnlos geplündert. Wenn es benagt wird, dann mit Maß und Ziel. Der Idealfall ist, dass wir mit guter Beute die Speisekammer verlassen und zwar so, dass die Menschen nachher nicht bemerken, dass wir überhaupt da gewesen sind. Merken Sie es nämlich, so haben wir bei einem nächsten Besuch mit Gift und Fallen und verstärkten Gittern und so weiter zu rechnen. Wir schaden uns also bei Wüsterplünderung nur selbst. Auf dem Rückweg werden wir dick gepackt sein. Gebt Acht, dass ihr nichts nehmt, was euch beim Klettern behindern könnte. Aber das werden wir an Ort und Stelle klären. Der Rückweg ist genauso gefährlich wie der Hinweg. Vielleicht sogar noch gefährlicher, da wir ja Gepäck haben und uns nicht so frei bewegen können. Da gilt wieder Augen und Ohren auf und Vorsicht auf den Kater. Für den Fall, dass uns der Kater entdeckt, trennen wir uns. Jeder läuft in eine andere Richtung. Das ist das Klügste. Während der Kater überlegt, welchen von uns er jagen soll, gewinnen wir Zeit und können einen Unterschlupf suchen. Dann ist allerdings jeder auf sich gestellt. Ist soweit alles klar? Klar, sagt Pfeiffer. Wie Regenwasser, fügte Grauschnauz hinzu. Gut, sagte Rupert. Dann wollen wir jetzt in uns gehen und unsere Herzen stark machen. Schließt eure Augen, Mäuseriche. Grauschnauz und Pfeiffer schlossen ihre Knopfaugen. Horcht auf das Pochen eures Herzens. Klopft es wild und weich oder ruhig und fest. Denkt an einen runden, weißen Kieselstein. Fühlt, wie hart und kühl er ist. Denkt an einen Pappelbaum. Seid so groß und stark wie er. Denkt an den Sturm. Lauft mit ihm um die Wette und gewinnt dabei. Denkt an die Nacht. Umarmt sie und seid eins mit ihr. Denkt an die scharfen Krallen einer Katzenpfote. Stellt sie euch genau vor, bis ihr sie fühlen könnt. Macht dies so lange, bis ihr euch dabei langweilt. Denkt an die glühenden Katzenaugen. Blickt sie an, bis sie verlöschen. Denkt an eure Liebste. Gut. Genug. Vergesst sie jetzt. Öffnet die Augen. Wie fühlt ihr euch? Rrrr, machte Pfeiffer. Ich bin stark, rief Grauschnauz. Fantastisch, ruckte Rupert und lachte. Seid ihr bereit? Können wir los? Gehen wir, sagten Grauschnauz und Pfeiffer wie aus einem Mund. Die drei Mäuseriche verließen die dunkle Höhle und schlichen hintereinander durch den Speicher zu der Belüftungsscharte. Die anderen Mäuse schenkten ihnen kaum Beachtung. Die drei kletterten durch die Maueröffnung in den Dachstuhl des Geräteschuppens hinüber, spazierten einen Balken entlang, bis sie den an der Wand lehnenden Pfosten erreichten. Behände hangelten sie sich an ihm herunter. Die Luft hier unten auf der Erde war bedeutend kühler als im Speicher oben. Grauschnauz genoss die Nähe der Erde. Sie erinnerte den Feldmäuserich an weit zurückliegende Zeiten. Rupert huschte zur hofseitigen Schuppenwand und lugte durch das Astloch ins Freie. Seine Ohren bewegten sich, als er aufmerksam horchte. Nun wandte er sich um und winkte. Kommt, flüsterte er. Einer hinter dem anderen krochen sie durch das Astloch in der Schuppenwand. Sie hielten sich dicht neben der Wand des Holzgebäudes und schlugen den Weg zum vorderen Hof ein. Über ihnen wölbte sich feierlich der Sternenhimmel. Rupert blieb alle paar Meter stehen und lauschte. Grauschnauz hatte seine Augen weit aufgerissen. Er horchte auf das Klopfen seines Herzens. Denk an den Pappelbaum. Sei groß und stark wie er. Die drei Mäuseriche gingen nun am Schweinestall vorbei. Verschlafene Grundslaute waren zu hören. Rupert war wieder stehen geblieben. Er zeigte auf den Zaun, der den vorderen Teil des Hofes und damit den Wohntrakt des Bauernhauses vom Wirtschaftstrakt trennte. Ungefähr zehn Meter freies Hofgelände lag vor ihnen. Rupert blickte noch einmal nach allen Seiten und rannte dann los. Pfeifer und Grauschnauz folgten ihm dicht auf. Ohne Zwischenfall kam sie beim Zaun an. Der Zaun bestand aus schmalen Holzlatten und hatte ebenso schmale Zwischenräume. Eine Maus konnte bequem durchschlüpfen. Lediglich ein an den unteren Rand des Zaunes genageltes Brett war zu überklettern. Die drei Gefährten hatten es schnell überwunden. Sie liefen weiter, immer längs der weiß gekachelten Mauer, die sich nun zu ihrer rechten Empor streckte. Grauschnauz zählte im Laufen die Fenster in der Mauer. Eins, zwei, ja, da war auch schon der Pfahl mit der Wäscheleine. Dicht über dem oberen Ende des Pfahls sah Grauschnauz das Belüftungsloch zur Speisekammer. Nun, bis hierhin war alles gut gegangen. Pfeifer, sieh nach, ob das durchgenagte Gitter noch da ist, sagte Rupert. Der Hausmäuserich nickte. Er setzte seine Krallen in das Holz und kletterte flink aufwärts. Oben angekommen untersuchte Pfeifer das Gitter. Er konnte kein Loch entdecken, so viel er auch suchte. Schließlich versuchte er seine Nagezähne an dem Gitter. Au! Pfeifer stieß einen Pfiff aus. Er hatte auf Metall gebissen. Leise begann er zu fluchen. Dann wandte er sich hinunter und pfiff abermals. Diesmal etwas lauter. Bald darauf hörte er das Kratzen von Mäusekrallen. Rupert und Grauschnauz tauchten auf. Bist du verrückt? zischte Rupert. Was fällt dir ein zu pfeifen? Solche Sachen können uns Kopf und Kragen kosten. Was ist denn los? Eisen, sagte Pfeifer kurz. Nun untersuchte auch Rupert das Pfeifer. Pech gehabt, sagte er nach einer Weile. Los, machen wir, dass wir fortkommen. Warte, sagte Grauschnauz. Lass mich mal versuchen. Der Feldmäuserich hakte seine Krallen in das Gitter und kletterte empor. Er rüttelte sacht an dem feinen Gitter und merkte dabei, dass es sich nach einer Ecke bewegte. Grauschnauz kletterte zu jener Stelle, stemmte ein Bein an die Mauer und zerrte noch fester am Gitter. Feiner Verputz begann zu rieseln. Plötzlich gab es ein leichtes Knacken. Grauschnauz war es gelungen, das Gitter mitsamt dem schmalen Holzrahmen an einer Ecke aus der Mauer zu reißen. Ein Spalt war entstanden, groß genug, um eine Maus durchzulassen. Pfeifer stieß einen Pfiff aus. Rupert gab ihn einen Puffer in die Seite. Der Feldmäuserich war bereits im dunklen Belüftungsloch verschwunden. Rupert und Pfeifer folgten ihm. Das Loch mündete direkt über einem Regal in der Speisekammer. Grauschnauz blickte in die Runde. Das Wasser lief ihm im Mund zusammen, als er die Vielzahl der wunderbaren Gerüche durch die Nase sog. Unter ihm, vor dem Regal, stand ein Tisch, von dem ein besonders starker Duft aufstieg. Auf dem Tisch standen etliche Gefäße, Töpfe aus Ton und Blech, eine Kasserolle und einige kleinere Geschirrstücke. Und direkt vor ihm, einem Haken im Plafond, hing unbeweglich ein gewaltiges Stück Rauchfleisch. Rupert und Pfeifer trafen ein. Auf geht's, sagte Rupert. Jeder sucht für sich. Und vergesst nicht, weswegen wir gekommen sind. Wer glaubt, ein passendes Geschenk für Modi gefunden zu haben, der verständigt die anderen. Und noch was, macht kein Geräusch, klar? Die drei Mäuseriche machten sich an die Arbeit, die in diesem Fall ein reines Vergnügen war. Rupert nahm sich sogleich das hohe Regal vor, das er Fach für Fach abzuschnüffeln begann. Grauschnauz und Pfeifer kletterten an dem Vorhang des Regals hinunter und bestiegen dann den Tisch. Grauschnauz überfielen wahre Wonneschauer. Diese Düfte waren fast zu viel für ihn. Sie bestürmten und bedrängten ihn, umschmeichelten seine Nase, kitzelten, waren bald satt und fettig und gleich darauf zart und süßlich. Grauschnauz suchte den einen Duft heraus, jenen, den er oben bei seinem Eintritt gerochen hatte. Er führte ihn zu einer breiten Pfanne. Vorsichtig schob der Mäuserich den Deckel weg. Der aufsteigende Duft nahm ihm fast den Atem. Noch nie zuvor hatte er so etwas gerochen. Ein dunkler Brocken lag in der Pfanne. Grauschnauz schob sich über den Rand und bis in den Fleischbrocken. Es war Schweinebraten. Hingebungsvoll aß der Mäuserich. Genug, genug, dachte er nach einer Weile. Ich darf mich nicht satt essen, sonst kann ich die anderen Köstlichkeiten nicht mehr probieren. Er zog den Deckel über die Pfanne und ging zum nächsten Gefäß. Einem Tonkug. Er kletterte hinauf und beugte sich über den Rand. Eine weiße Fläche schimmerte unter ihm und ein kühler Duft strich ihm um die Nase. Das weiße Gedicht, dachte Grauschnauz. Das muss das weiße Gedicht sein, von dem Pfeifer gesprochen hatte. Grauschnauz hatte richtig geraten. Der Krug war mit saurer Milch gefüllt und an der Oberfläche hatte sich eine fingerbreite Schicht Rahm gebildet. Grauschnauz begann sich zu recken und vergaß dabei die Welt um sich herum. Schließlich rief Pfeifer nach ihm. Grauschnauz, flüsterte er aufgeregt. Komm runter und schau, was ich gefunden habe. Grauschnauz trennte sich nur ungern von seinem Rahmtopf. Aber als er dann Pfeifers Entdeckung probierte, vergaß er schlagartig den Rahm. Das ist Käse, mein Freundchen, kicherte Pfeifer, als er Grauschnauz verzückte Mine sah. Sie fanden noch ein Stück Hartwurst, eine geöffnete Sardinendose und ein Töpfchen mit Entenfett. Sie kosteten von allem und waren schließlich satt. Sie konnten nicht mehr. Ihre kleinen weißen Bäuche waren prall und rund und ihre Bewegungen waren langsam und tapsig geworden. Und dann entdeckten sie das Honigglas. Es stand in der hintersten Ecke des Tisches und duftete so süß, so unwiderstehlich süß. Es war mit Pergamentpapier und einem Gummiring verschlossen. Also das muss ich noch kosten, sagte Pfeifer. Hilf mir, Grauschnauz, wir müssen den Gummiring abbekommen. Es bereitete ihnen einige Schwierigkeiten, das glatte Glasgefäß zu erklettern, aber es gelang ihnen dann doch und sie entfernten den Gummi. Schnalzend zog er sich zusammen, als ihn Grauschnauz über die Kante des Glases zog. Psst, machte Rupert, der das Geräusch gehört hatte. Pfeifer hob das Pergamentpapier an und steckte seine Schnauze in das Honigglas. Schmatzende Laute waren zu hören. Wie schmeckt das, flüsterte Grauschnauz ungeduldig. Und da passierte es. Pfeifer hatte sich zu tief in das Honigglas gebeugt. Er rutschte aus und fiel hinein. Er stieß einen lauten Piepser aus. Hilfe, rief er. Hilfe, ich geh runter. Grauschnauz handelte rasch. Er sprang auf das Honigglas, beugte sich hinein und bekam Pfeifers Wild, um sich schlagende Arme zu fassen. Der Feldmäuserich zog mit aller Kraft. Widerwillig gab der klebrige Honig den armen Pfeifer frei. Bis über den Hals war er bereits versunken gewesen. Ein Häufchen klebriges Elend stand vor Grauschnauz und schluchzte, noch im Schock über die ausgestandenen Todesängste. Robert hatte Pfeifers Schreie gehört und war auf den Tisch geklettert. »Was treibt ihr denn?«, fragte er ärgerlich. Dann sah er den heulenden Pfeifer. »Er ist hingefallen«, brachte Grauschnauz hervor. »Oh Gott«, seufzte Rupert. »Komm, wir müssen ihn ablecken. Anders geht es nicht. Komm, mach schnell. Wir sind schon zu lange hier. Irgendwas liegt in der Luft, das fühle ich. Rupert und Grauschnauz begannen also, den klebrigen Pfeifer abzulecken. Sie leckten und leckten, und je länger sie leckten, desto widerwärtiger kam ihnen der süße Geschmack vor. Pfeifer hatte sich beruhigt und leckte selbst an den erreichbaren Körperstellen. Endlich war er wieder einigermaßen sauber, so dass er sich wenigstens normal bewegen konnte. »Wir gehen«, sagte Rupert. »Habt ihr etwas gefunden, das wir mitnehmen können?« »Dort, den Käse vielleicht«, sagte Grauschnauz. »Gut, brich ein mäßiges Stück davon ab und binde es dir mit einem Faden oder etwas Ähnlichem auf den Rücken fest«, sagte Rupert. »Beeil dich, wir treffen uns oben beim Ausgang. Komm, Pfeifer, du Flasche!« Grauschnauz hob ein Stück Käse aus dem Teller und spannte es sich mit dem Gummiringen des Honigglases auf den Rücken. Er beglückte sich im Stillen zu dieser guten Idee. Er konnte seine Arme und Beine frei gebrauchen und die Last des Käses war kaum zu spüren. Der Feldmäuserich verließ den Tisch und kletterte den Vorhang des Regals hinauf. Oben warteten bereits Rupert und Pfeifer. Pfeifer sah noch immer unglücklich drein. Rupert hielt einen dunklen Gegenstand in den Pfoten. »Was hast du da?«, fragte Grauschnauz. »Eine Dörpflaume«, erwiderte Rupert leise. »Die nehme ich mit.« »Leider kann Pfeifer nichts tragen. Seine Finger und Augen sind noch verklebt. Er muss froh sein, wenn er den Rückweg überhaupt schafft.« Rupert zwängte sich durch den Spalt zwischen Gitter und Mauer ins Freie und kletterte auf den Pfahl hinunter. Pfeifer und Grauschnauz langten gleich darauf neben ihm an. Grauschnauz drückte den Rahmen mit dem Gitter in die Mauer so, dass es wieder wie vorher aussah. Die drei Mäuseriche wollten eben den Abstieg beginnen, als Rupert plötzlich erstarrte. »Was ist?«, flüsterte Grauschnauz. Rupert rührte sich nicht. Er starrte nur in eine Richtung. Grauschnauz und Pfeifer folgten seinem Blick und erschraken. Etwa fünf Meter von ihrem Standpunkt entfernt, im Kücheneingang des Hauses, stand ein Mensch. Er lehnte in der offenen Tür und rauchte eine Zigarette. Das Ende der Zigarette glühte in Abständen auf, wenn der Mensch sie an die Lippen führte und daran sog. Grauschnauz, Rupert und Pfeifer bewegten kein Glied. Atemlos warteten sie. Und plötzlich bemerkten sie noch etwas, das ihnen Schier das Blut in den Adern gefrieren ließ. Zwischen den Beinen des Menschen strich Raphael herum und rieb seinen Kopf an den Stiefeln. Sie konnten sogar sein Schnurren hören. Nun beugte sich der Mensch zum Kater hinunter und strich ihm übers Fell. Raffi schnurrte noch lauter. Ja, 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 mein Kater, ja, murmelte der Mensch mit weicher Stimme. Er zog noch einige Male an der Zigarette und ging dann zum Abflussrohr an der gegenüberliegenden Mauer, wo er den Zigarettenstummel wegschnippte. Langsam kehrte er zurück und verschwand schließlich im Haus. Raphael strich noch eine Weile vor der verschlossenen Tür herum. Dann beschloss er endlich, ebenfalls schlafen zu gehen. Er war satt und zufrieden. Drei Mäuse hatte er heute verspeist. Eine in Max Revier und zwei am Nachmittag bei Kotti, am Nachbarshof. Raffi kletterte über den Lattenzaun in den hinteren Hof und ging zur Scheune zu seinem Schlafplatz im Heu. Die drei Mäuse auf dem Wäschepfahl atmeten erleichtert auf, als er in der Dunkelheit verschwunden war. Sie warteten noch eine Weile und als sie kein verdächtiges Geräusch mehr hörten, stiegen sie zur Erde hinunter. Auf dem Rückweg sprachen sie kein Wort. Sie gelangten glücklich in das Innere des Geräteschuppens und kletterten durch die Mauerscharte in den Speicher. Die meisten Mäuse schliefen schon. Vor Grauschnauz Wohnhöhle trennten sich die drei. Sie waren sehr müde, aber auch glücklich. Die anderen würden Augen machen morgen früh. Da gab's dann was zu erzählen. Und Moody hatte ja Geburtstag. Rupert würde ihm die Dörpflaume schenken und das Stück Käse, das Grauschnauz mitgenommen hatte, würde das Festmahl sein. Grauschnauz fand Silberohr schlafend im flauschigen Mäusenest vor. Zärtlich küsste er sie auf die Schnauze und schlang ihr dann den Gummiring zweimal um den Hals. Das ist deine Überraschung, mein Mausi, flüsterte er. Dann kuschelte er sich an ihren Rücken und war noch im selben Moment eingeschlafen. Der Mond stand hoch über den Dächern und leuchtete sein kaltes Licht in die Höfe. Im Abflussrohr, das in den vorderen Spießhof mündete, plätscherte es leise. Milo, der Kanalratz, konnte noch nicht schlafen. Er streckte seine Schnauze in die Nachtluft und schnupperte. Plötzlich stieg ihm der Geruch des Zigarrenrauches in die Nase. Der Kanalratz kroch vorsichtig ins Freie. Dann sah er den noch glimmenden Zigarettenstummel. Er nahm ihn mit spitzen Fingern und zog sich damit wieder in das schützende Abflussrohr zurück. Dort hockte er sich nieder und rauchte den Stummel mit tiefem Genuss zu Ende. Achtes Kapitel Gelbzahns Entdeckung Über der Erde war der Tag angebrochen. Unter der Erde, im Kanal, kündigte sich der Tag nur durch das vermehrte Abwasser an, das in Schwellen durch die Rohre und Schächte sprudelte. Die Menschen in der Müllgasse wuschen sich, kochten frischen Kaffee und planten ihren Arbeitstag. Schon lange bevor die Menschen aus den Federn gekrochen waren, hatten die Kanalratzen die Ehren verlassen. In Gruppen, zu dritt oder zu viert, waren sie auf Frühstückssuche im langen Hauptkanal unterwegs. Dies war ein fixer und wichtiger Punkt in ihrem Tagesablauf. Sie suchten die einzelnen Rohrmündungen auf, die in das Hauptrohr führten. Jedes dieser Rohre hatte Verbindungen zu einer Menschenküche und zu einem Menschenbadezimmer. Nach den Seifenwasserschwellen kamen die Frühstücksresteabwässer. Und darauf warteten die Kanalratzen jeden Morgen. Brotkrümel und Marmeladenreste wurden da herausgespült, manchmal kam sogar ein Strahl schwarzen Kaffees. An diesem Morgen allerdings war die Ausbeute der Kanalratzen äußerst kläglich. Es hatte den Anschein, als ob die Menschen diesmal ihr Frühstück vergessen hätten. Die Gruppen der Frühstückskommandos versammelten sich murrend und mit hungrigen Mägen in der großen Erdhalle. Gelbzahn kroch zu Rufus' Erdkammer, um ihm die schlechte Nachricht zu überbringen. Befehle des Häuptlings waren notwendig. Gelbzahn kroch durch das Gewirr von Gängen, bis er Rufus' Höhle erreichte. Aber der alte Ratz war nicht da. Seltsam. Gelbzahn kehrte um und lief den Gang zurück. Da hörte er ein Geräusch, das aus der Häuptlingshöhle zu kommen schien. Gelbzahn stutzte. Er kehrte noch einmal um und ging zu Rufus' Heim zurück. Als er seinen Kopf hineinsteckte, prallte er verblüfft zurück. Rufus stand dicht vor ihm. Offenbar wollte er gerade seine Kammer verlassen. Oh, Gelbzahn, was willst du? Gelbzahn fasste sich rasch. Kein Frühstück im Kanal heute, Chef, sagte er noch leicht verwirrt. Die Ratzen sitzen alle in der Versammlungshöhle und warten auf dich. Gut, sagte Rufus freundlich. Geh voraus und sag ihnen, dass ich gleich komme. Gelbzahn ging nachdenklich zum Gemeinschaftsraum. Also, zuerst war er nicht da und drei Sekunden später war er da, murmelte Gelbzahn. Entweder er kann sich unsichtbar machen oder meine Augen taugen nichts mehr. Nein, keins von beiden, überlegte er weiter. Der Alte hat, seit ich hier bin, kein einziges Mal den Bau verlassen. Ich habe ihn nie fressen gesehen, oder? Nein, er frisst nicht und hat nie Hunger. Gelbzahn, Gelbzahn, ich glaube, du bist mit deiner Schnauze an ein Geheimnis gestoßen. Gelbzahn kroch in die Erdhalle und legte sich zu den anderen Ratzen. Er kommt gleich, sagte er zu ihnen. Die Kanalratzen lümmelten im Stroh und warteten auf ihren Häuptling. Da wurden Witze erzählt, hier wurden Mutmaßungen darüber angestellt, weshalb heute so wenig Frühstück im Kanal zu finden gewesen war. Im Grunde sind es recht sympathische Burschen, dachte er. Nicht besser und nicht schlechter als meine Leute in der Mühle. Hey, Gelbzahn, rief ihn ein Ratz an. Was hocken wir hier rum und warten auf den Alten? Ich habe Hunger. Führe uns zum Gemüsegarten oder was weiß ich wohin. Gelbzahn lächelte innerlich. Das gefiel ihm. Die anderen Kanalratzen brummten zustimmend. Nein, wir warten auf den Häuptling, sagte er. Wir dürfen ihn nicht übergehen. Vergesst nicht, Befehle gibt nur der Häuptling. Einige der älteren Kanalratzen nickten bestätigend. Richtig, Befehle gab nur der Häuptling. So war es immer gewesen und so funktionierte das Leben am besten. Gelbzahn lächelte noch mehr in sich hinein. Er spürte die wohlwollende Zuneigung der älteren Ratzen. Endlich kam Rufus. Er blieb im Eingangsloch stehen und sagte Igor, Melo, Beppo, Naso, Lutz und Gelbzahn. Ihr sechs geht zur Futterkammer und holt Schrot und Maiskörner. Igor wird euch führen. Ihr nehmt einige Plastiktüten mit und bringt so viel Schrot und Körner, wie ihr tragen könnt. Irgendwelche Fragen? Nein? Gut. Die anderen sehen noch einmal im Kanal nach, ob inzwischen Futter angeschwemmt wurde. Los geht's! Rufus drehte sich um und verschwand im Erdstollen. Mohrend erhoben sich die Ratzen. Die sechs krochen durch den Bau in das Kanalrohr. Igor führte sie an. Gelbzahn ging zum Schluss. Jeder von ihnen trug eine zusammengeknüllte Plastiktüte. Sie wanderten den Kanal aufwärts, bis sie zum ersten Schacht gelangten. Tageslicht fiel oben durch eine im Beton ausgesparte Öffnung. Grasbüschel und Blätter lugten herein. Igor kletterte geschickt die grobkörnige Betonwand hoch und schlüpfte durch die Öffnung ins Freie. Er sah sich draußen um und gab dann den anderen das Zeichen, dass sie folgen sollten. Einer nach dem anderen stiegen die Kanalratzen ans Tageslicht. Gelbzahn spürte den altvertrauten Nervenkitzel, wie immer bei solchen Unternehmungen. Der Kanalschacht befand sich in unmittelbarer Nähe der Spießschenscheune und damit der Futterkammer, die in eben dieser Scheune, im Anschluss an den Stall, untergebracht war. An dieser Seite der Scheune wuchs enorm viel Unkraut. Das kam den Ratzen gelegen. Sie schloffen in einer Reihe durch die Kräuterwälder, kamen nach kurzer Zeit bei der Scheunenmauer an und folgten ihr, bis sie vor dem Loch in der Erde standen, das dicht neben der Mauer in die Tiefe führte. Der Erdgang mündete im Inneren der Futterkammer und zwar genau hinter der Schrottruhe. Igor koch als erster in den Stollen, die anderen folgten unmittelbar. Mit vor Aufregung klopfender Brust kamen sie drinnen an. Gelbzahn hörte im Stall nebenan das Pferd mit den Hufen stampfen. Pumph, Pumph. Es hatte wohl ebenfalls Hunger. Esst euch erst einmal tüchtig voll und dann fühlt schnell eure Säcke. Milo, sucht den Maisack heraus, macht schnell. Die Ratzen schwärmten aus. Vier von ihnen erklommen die Schrottruhe und begannen gierig zu fressen. Gelbzahn machte sich über einen Sack Junghühner-Kraftfutter her und begann seinen Inhalt zu kosten. Plötzlich hörten sie ein Geräusch. Ruckartig fuhren die Schnauzen der Kanalratzen in die Höhe. Wie zu Stein erstarrt lauschten sie. Schritte kamen näher. Ein Mensch durchquerte den Kuhstall. Er ging auf die Tür zur Futterkammer zu. Oh, natürlich, schoss es Gelbzahn durch den Kopf. Es ist Fütterungszeit für die Stalltiere. Das hätten wir beachten müssen. Leben war in die Ratz gekommen. Hastig sprangen sie aus der Schrottruhe und huschten zum dahinterliegenden Loch. Gelbzahn erreichte als letzter den schützenden Unterschlupf. Doch nein, Milo fehlte noch. Er war am weitesten vom Loch entfernt gewesen und hatte deshalb jetzt den längsten Weg. Er rannte zwar so schnell er nur konnte, aber der Bauer hatte bereits die Futterkammertür geöffnet und sah gerade noch den Kanalratz hinter der Schrottruhe verschwinden. Der Spießbauer reagierte schnell. Er nahm den nächstgelegenen Gegenstand, eine kurzstielige Schrotschaufel, und schleuderte ihn mit aller Kraft in den Spalt zwischen Truhe und Mauer. Aber er traf Milo nicht. Eine Sekunde vorher war dieser in das Loch geschlüpft. Die Ratzen versammelten sich außerhalb der Scheune neben dem Einstiegsloch. »Verdammt!«, fluchte Igor. »Verdammt! Verdammt!« Sie horchten mit zurückgehaltenem Atem in den Stollen hinein. Dumpfe Geräusche waren zu hören. Dann wurde es still. Der Bauer hatte die Schrottruhe von der Wand gerückt und das Ratzenloch mit den Stiefelabsätzen zugetreten. Nun ging er fluchend davon, um einen schweren Steinblock zu holen. Den wollte er zusätzlich auf jene Stelle legen. »Jetzt haben wir den Salat!«, schimpfte Igor. »Genau das, was wir immer vermeiden wollten, ist eingetroffen. Der Mensch hat den Gang entdeckt. Die Futterkammer können wir für die nächste Zeit vergessen. Was so dumm! Wir hätten wissen müssen, dass dies die Fütterungszeit der Stalltiere ist. Rufus hätte es wissen müssen, denn er hat uns hergeschickt.« »Gibt es keinen anderen Zugang?«, fragte Gelbzahn. »Moin!«, antwortete Igor. »Das hieß das ja.« »Und keine anderen Futterquellen in der Nähe?« »Nein!«, sagte Igor ärgerlich. »Nur gut, dass wir uns angefressen haben«, sagte Nasu. »Es war also nicht ganz umsonst.« »Ja«, sagte Lutz, »wir haben heute unseren Teil geleistet. Die anderen sollen schauen, wie sie zu ihrem Futter kommen. Rufus soll sich was einfallen lassen. Wozu ist er unser Häuptling?« »Junge«, sagte Milo, »beinahe hätte mich der Mensch getroffen. Und nicht einmal zum Fressen bin ich gekommen.« Lutz lachte schadenfroh. »Kommt«, sagte Igor, »gerhen wir zurück.« Sie krochen wieder durchs Unkraut und gelangten schließlich am Eingangsloch des Schachtes an. Die Sonne schien auf sie mit ihrer hellen Pracht nieder. Gelbzahn spürte, wie sie seinen Rücken wärmte. Gerne wäre er noch eine Weile im Freien geblieben und hätte frische Luft getankt. Er musste an den Weiher denken. »Schöne Zeiten«, aber sie würden wiederkommen. Von Rufus' Macht war bei diesem Ausflug ganz sicher wieder ein Stück abgebröckelt. So gesehen war der Weg zur Futterkammer nicht nutzlos gewesen. Die sechs Ratzen waren in ihrem Bau angekommen. Forschend Schrittes gingen sie zu Rufus' Höhle. »Oh, ihr seid schon zurück?«, begrüßte sie Rufus. »Hausgütze! Wir wären bei Nachher umgekommen!« schnitt ihm Igor das Wort ab. »Es war Fütterungszeit! Sagt dir das etwas, Häutling?« Rufus' wohlwollender Gesichtsausdruck änderte sich schlagartig. Er spürte den Missmut und den verhaltenen Unwillen seiner Untertanen. Gelbzahn hielt sich im Hintergrund und beobachtete belustigt die Szene. Rufus gab sich einen Ruck. »Willst du damit sagen, dass ihr keinen Schrot mitgebracht habt?«, sagte er und versuchte seiner Stimme einen energischen Klang zu geben. Igor ging nicht auf seine Frage ein. »Du hättest wissen müssen, dass nun Fütterung in manchem Haus ist«, sagte er und sah Rufus vorwurfsvoll an. »Du bist unser Häuptling!« Rufus suchte nach Worten. Die sechs Ratzen schauten ihn stumm an. Dann drehte sich Igor plötzlich um und lief in den Gang zur Versammlungshöhle. Die anderen folgten ihm. Rufus sah ihnen nach. »Was war das?«, dachte er. »Gelbzahn hetzt sie gegen mich auf! Ich muss etwas tun, und zwar schnell!« Gelbzahn, Igor, Milo, Naso, Lutz und Beppo hockten im Gemeinschaftsraum des Baus und um sie hatten sich die übrigen Kanalratzen gescharrt. Auch die anderen Futtersuchttrupps hatten kaum etwas Essbares gefunden. Die Ratzen waren hungrig. Igor hatte das Abenteuer in der Futterkammer erzählt. Die Ratzen diskutierten aufgeregt durcheinander. Sie waren unzufrieden. Gelbzahn beschloss, diese Stimmung zu nutzen. »Ich wollte euch schon seit Längerem etwas fragen«, sagte er laut, sodass es alle hören konnten. »Seit ich hier bin, habe ich den Häuptling nie etwas fressen sehen. Das muss euch doch schon lange aufgefallen sein. Wie erklärt ihr euch das?« Betretenes Schweigen. Schließlich sagte ein älterer Kanalratz leise, »Er ist kein gewöhnlicher Sterblicher. Er ist ein Zauberer.« Er ist ein Zauberer. Der Ratz hatte den letzten Satz geflüstert und schaute jetzt ängstlich nach dem Eingang. Gelbzahn merkte, wie die rebellische Stimmung unter den Kanalratzen schwand. »Rofus ist älter als wir alle zusammen«, fuhr der Ratz fort. »Solange er lebt, hat er noch nie etwas gefressen. Er ist ein Zauberer. Er kann sich auch unsichtbar machen.« Bei diesen Worten schauten die Ratzen in der Höhle furchtsam um sich. Gelbzahn lachte schallend. Aber der Ärger, der in diesem Lachen mitschwang, war nicht zu überhören. »Hahaha, ihr Dummköpfe«, rief er. »Was ihr für Unsinn daherredet. Jeder Ratz muss fressen, jeder. Und unsichtbar machen kann ich mich auch. Seht her!« Gelbzahn hob den Stroh vor sich mit der Schnauze an und schlüpfte darunter. Er blieb eine Weile unsichtbar und kam dann wieder hervor. »Na?« lachte Gelbzahn. »Wie war ich?« Aber die Kanalratzen lachten nicht mehr. Mit steinernen Gesichtern sahen sie Gelbzahn an. Gelbzahn spürte, dass jetzt nichts mehr zu machen war. Er ärgerte sich maßlos. Ohne es zu wollen, hatte er uralte, tiefsitzende Ängste in den Kanalratzen wachgerufen. »Rufus ist schlauer, als ich gedacht habe«, sinierte Gelbzahn. Plötzlich stand Rufus im Eingang. Beklommenes Schweigen breitete sich aus. Rufus wunderte sich. Er hatte eine meuternde, aufrührerische Horde erwartet und sich mit wilden Blicken gewappnet, bevor er die Höhle betreten hatte. Und nun? Die Kanalratzen sahen Rufus furchtsam an. »Hört her, Leute«, sagte Rufus mit fester Stimme. »Ihr sollt euer Futter bekommen. Bisher ist noch kein Tag vergangen, an dem es nichts zu fressen gab, oder? Wir werden zur Müllhalde wandern. Zum Mühlweiher«, fügte er nach einem kurzen Seitenblick zu Gelbzahn hinzu. »Ich werde mit euch gehen. Ihr sollt Futter haben wie nie zuvor.« Leben kam in die Kanalratzen. Ja, diese Töne gefielen ihnen. Futter in Massen. Und der große Häuptling persönlich würde sie führen. Das war schon lange nicht mehr vorgekommen. Ja, die Jüngeren konnten sich überhaupt nicht erinnern, dass Rufus jemals den Bau verlassen hätte. Sie waren sofort aufgekratzt. In diesem Moment wären sie mit ihrem Häuptling durchs Feuer gegangen, mehr noch, sogar mitten durch eine Katerkonferenz. Gelbzahn blickte finster drein. »Zwei zu null für dich, du alter Scharlatan«, dachte er. »Folgt mir«, rief Rufus. »Und du, Gelbzahn?«, sagte er scharf und tippte dem Mühlratz auf die Brust. »Du bleibst hier. Verstanden?« »Ja, Chef«, sagte Gelbzahn zerknirscht. Die Ratzenbande verließ johlend und plappernd, angeführt von Rufus, den Bau. Sie schlugen den weiten Weg zum Mühlweiher ein. Gelbzahn wartete, bis es im Bau und draußen im Kanalrohr vollkommen still geworden war. Der Vorteil seiner augenblicklichen Situationen war ihm plötzlich bewusst geworden. Er war allein. Und er würde es sicher die nächsten Stunden bleiben. Gelbzahn lief zu Rufus' Schlafkammer. »Mal sehen, wohin er sich unsichtbar macht«, dachte Gelbzahn. Er war überzeugt, in Rufus' Schlafgemach einen Geheimgang zu entdecken. Zuerst untersuchte er den Boden, behutsam hob Gelbzahn die dicke Schicht von Federn hoch und suchte die Erde darunter ab. Er ging mit äußerster Vorsicht ans Werk, um keine Spuren zu hinterlassen. Beim Absuchen des Bodens hatte er kein Glück. Nun nahm er sich die Wände vor. Und hier hatte er bald mehr Erfolg. »So einfach ist das also«, dachte er, als er den geheimen Stollen fand. »Ein Vorhang aus Wurzeln und schon ist man ein Zauberer, der sich unsichtbar machen kann.« »Oh, Dummheit der Welt! Was bist du für eine gefährliche Sache, wenn sich Leute wie Rufus deine bedienen!« Doch nein, von Gefahr konnte man hier nicht sprechen. Rufus war eben klüger als alle anderen. Warum sollte er sich nicht den Aber glauben und die Furcht zunutze machen, um dadurch seine Leute besser in den Griff zu bekommen? Ach, schließlich hat er doch nur das Wohl aller im Auge. Wenn sie untergehen, geht auch er unter. Es ist von jeher das gute Recht eines Anführers gewesen, Anführer bleiben zu wollen. Nein, hier liegt ein Denkfehler. Gelbzahn war in den Geheimgang gekrochen und hatte den Wurzelvorhang hinter sich zugezogen. Langsam drang er in die Tiefe des Ganges vor. »Ein Denkfehler«, dachte Gelbzahn. »Aberglaube und Furcht sollten niemals für irgendjemanden vor Nutzen sein. Solche Dinge gehören ausgemerzt und bekämpft, denn sie ziehen früher oder später andere, schlimmere Sachen nach sich. Unterdrückung, Lügen, Gewalttätigkeit, Unglück und Dummheit. Noch mehr Dummheit!« Gelbzahn schnüffelte die modrige Luft. Was ihn am Ende des Ganges wohl erwartete? Er kroch weiter. »Und ich?« Dachte er, »hab ich nicht Ähnliches gemacht mit meinen Mühlratzen? Habe ich sie nicht ebenfalls bei jeder Gelegenheit spüren lassen, wer hier der Anführer ist?« »Warum muss es eigentlich immer Anführer geben?« »Weil es Angst und Ungewissheit gibt und weil Verantwortung eine niederdrückende Angelegenheit ist, wenn man Angst hat,« gab er sich selbst die Antwort. »Ja, so ist es«, dachte er. »Beseitige alle Gefahren, zumindest bis auf ein erträgliches Maß, und die Angst wird verschwinden. Ist einmal die Furcht weg, verschwindet auch nach und nach die Dummheit, und jeder kann für sich selbst und gleichzeitig für alle anderen Verantwortung übernehmen.« »Dann wären auch Anführer und Häuptlinge überflüssig. Jeder wäre sein eigener Häuptling und zugleich Häuptling der ganzen Welt. Schau die Katzen an. Sie kennen keine Angst, weil sie keine wirklichen Feinde haben, und sie leben deshalb in einer anderen Welt von Gedanken und Gefühlen. Das muss Freiheit sein. Furchtlosigkeit, Selbstbestimmung. Und dann kann man seine Gedanken fliegen lassen. Zu den Sternen vielleicht oder darüber hinaus.« Gelbzahn seufzte. »So viel gäbe es noch zu wissen und zu erforschen. Stattdessen ist man gebunden an einen hässlichen Körper, der einen tyrannisiert und, wie es den Anschein hat, an nichts anderes als an Futter denken kann.« Gelbzahn bemerkte, dass er sich dem Ende des Ganges näherte. Die zahlreichen Seitengänge hatte er erst einmal außer Acht gelassen. Er wollte sehen, wohin der Hauptgang führte. Schließlich schlüpfte er durch den Ausgang und war plötzlich im ausgetrockneten Brunnenschacht. Gelbzahn blinzelte verblüfft. Alles hatte er erwartet, aber das nicht. Eine durchsichtige Wand aus Licht teilte den hohen Schacht. Oben gleiste und funkelte es, wo die Sonnenstrahlen durch die beiden Betonplatten hindurchdrangen. Staubkörner tanzten wie Goldpuder in dieser funkelnden Lichtmauer. Auf dem glatten Sand des Bodens zeichneten sich ein schnurgerader Lichtbalken ab, dort, wo die Strahlenwand aufsetzte. Gelbzahn war überwältigt. Zuerst der finstere, modrige Tunnel und dann? Die Atmosphäre in diesem Raum hatte etwas Feierliches an sich. Wäre Gelbzahn ein Mensch gewesen, hätte er glauben können, in einer Kirche zu sein. Es war still und schön. Nicht diese Art von Stille, die unheimlich ist, sondern jene Art von Stille, die tief beruhigend und beglückend ist. Gelbzahn hockte sich in die Mitte der Halle und streckte seine Schnauze in den Lichtstrahl. Sofort durchrieselte ein Gefühl der Wärme seinen Körper. Gelbzahn schaltete seine Gedanken ab und gab sich seinen Gefühlen hill. Hell und klar war es in ihm. Es schien ihm, als hätte er mit diesem Raum auch gleichzeitig noch unbekannte Räume seines Wesens betreten. Lange hockte er so. Schließlich fand er in die Gegenwart zurück und hob den Kopf. Ich muss zurück, dachte er. Die Ratzen könnten früher als erwartet heimkehren. Er verwischte sorgfältig seine Spuren im Sand und kroch wieder in den Tunnel. Bevor Gelbzahn zu Rufos Schlafkammer kam, passierte er einen Seitengang. Gelbzahn blieb stehen. Soll ich diesen Gang auch noch erkunden? Ich habe nicht genug Zeit. Ach was, ich schaue rein. Gelbzahn kroch in den Seitenarmen des Hauptganges und merkte sogleich, dass er tief hinunterführte. Wahrscheinlich ging er unter dem Hauptkanalrohr durch. Nun, und in dieser Richtung lag der Bauernhof. Nach einiger Zeit richtete der Tunnel sich aufwärts. Der Mühlratze kroch weiter und gelangte schließlich am Ende des Ganges an. Na nun, eine Sackgasse, dachte Gelbzahn. Der Gang hörte plötzlich auf. Gelbzahn schnüffelte. Er tastete die Wand vor sich ab. Das war nicht Erde. Stein ist das. Ziegelstein. Gelbzahn drückte dagegen. Nichts rührte sich. Dieser Stollen muss seinen Zweck haben, überlegte er. Kein Ratz gräbt so einen langen Gang ohne Ziel. Nun tastete er nach einer Fuge oder Vertiefung. Er hatte Glück. Seine Finger griffen in einen schmalen Spalt. Gelbzahn stemmte seine Beine in die Erde und schob. Der Ziegel bewegte sich knirschend und glitt zur Seite. Gelbzahn schlüpfte in die entstandene Öffnung. Es roch kühl nach Mörtel. Er befand sich nun in einem kurzen Gang, der aus Ziegelsteinen gemauert war. Eine hohle Stelle in einer Gebäudewand. Am Ende des kurzen Ganges angekommen, tastete Gelbzahn abermals nach einem Spalt. Und er fand ihn wieder. Der Ziegel ließ sich öffnen wie eine Schiebetür. Gelbzahn kroch vorsichtig in den dahinterliegenden Raum. Noch konnte Gelbzahn nicht viel sehen, denn ein Stapel an der Wand lehnenden Bretter und Latten versperrte ihm die Sicht, nicht aber den weiteren Weg. Auch hier gab es einen Durchschlupf. Endlich hatte sich Gelbzahn durch den Bretterwald gearbeitet. Er sah nun, dass er sich, wie vermutet, in einer Kammer des Menschenhauses befand. Genauer gesagt, in der Gemüsekammer unter dem Mäusespeicher. Aber von dem Getreidespeicher ahnte Gelbzahn nichts. Er sah zwar die schmale Holztreppe, die zur Decke reichte, und die verschlossene Falltür, aber was seine Blicke viel mehr auf sich zog, waren die enormen Futtervorräte. Gelbzahn fand Kisten mit Äpfeln, Kraut und Kohlköpfe, Tomaten in Mengen, zwei große Kürbisse, Birnen, Blumenkohl, Paprika, einen Haufen Klee und noch viele andere Herrlichkeiten. Er kostete von einigen der Früchte und war bald satt. Kein Wunder, dass Rufus niemals Abfälle aus dem Kanal frisst, dachte er. Dann machte er sich auf den Rückweg. Er verschloss sorgfältig die Ziegeltür hinter sich und war bald darauf beim Wurzelvorhang, zu Rufus' Höhle angelangt. Er horchte auf Geräusche, aber es blieb still. Schnell schlüpfte er in Rufus' Schlafhöhle, beseitigte alle Spuren und kroch dann zu seiner eigenen Wohnstadt. Dort legte er sich in Stroh und schloss die Augen. Gelbzahn war mit sich zufrieden. Er horchte auf das Glucksen der Verdauungssäfte in seinem Magen und überlegte in aller Ruhe seine nächsten Schritte.